Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Ein Cast, sie zu knechten, ins Ohr zu treiben und ewig zu wünschen. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Game of Nerds, dem Fantasy-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Herzlich Willkommen zu Game of Nerds, dem Fantasy-Podcast hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei das wandelnde Silmarillion, das, ja keine Ahnung, die Wikipedia, der Tolkien-Know-How-Trivia, whatever. Der Mensch, der sich fast den kompletten Audiokommentar als Tonspur reingezogen hätte. Hier ist der Michael, hallo. Hallihallo, ja, schön wär's. Ich muss mich aber wie jedes Wikipedia, glaube ich, jedes Mal wieder neu korrigieren, wenn wir in so einen Podcast reingehen und sagen, was war denn vor zwei Versionen noch Falsches gesagt worden. Siehst du, ich bin der, der immer in der Wikipedia schreibt und dessen Artikel nie freigeschaltet werden. So ungefähr. Oder immer abgelehnt werden. Ja, herzlich Willkommen zu unserem neuen Cast hier über jetzt endlich die Herr-der-Ringe-Filme. Wir haben ja in Vorbereitung auf die Ringe-der-Macht-Serie haben wir ja endlich den Hobbit hinter uns gelassen und seine drei Iterationen. Und wir biegen jetzt so, ja, das Ende ist schon so in Sicht. Im September geht's ja los mit den Ringen der Macht. Aber jetzt haben wir natürlich noch drei Herr-der-Ringe-Filme vor uns, die wir alle drei besprechen werden und auch hier wieder in der Extended Edition. Die einzige Version, in der man übrigens genau diese Filme sehen sollte. Vergesst die Kino-Version. Ich glaube, ich habe die Kino-Version nur im Kino gesehen. Alles andere habe ich Extended gesehen und man sollte es so sehen, weil so ist es zumindestens für Fans am sinnvollsten. Ich habe auch bis vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten, bevor wir also angefangen haben, über diese Filme zu sprechen und über diese Franchise-Reihe zu reden, habe ich noch die Blu-Rays, die DVDs besessen. Entschuldigung, die DVDs besessen. Ich habe also diese schönen Extended Edition DVD-Boxen gehabt. Da waren, glaube ich, sechs DVDs drin, weil der Film auf zwei DVDs war. Ist auch bei den Blu-Rays und den UHDs weiterhin so bei den Extended-Versionen. Also die kommen weiter auf zwei Blu-Rays und zwei UHDs. Habe ich alle hier, natürlich. Ich finde es schwachsinnig, okay, zur Vollständigkeit, dass bei diesen Collector's Editions auch noch die Kino-Versionen dabei sind. Die brauche ich eigentlich nicht, weil ich die nie sehe. Aber ja, es ist so. Und du solltest übrigens dann, wenn du die Special Editions oder die Collector's Editions hast, mein Tipp, pack die nicht unbedingt weg oder gebt die nicht weg. Wenn ihr noch Chancen auf diese ganzen Zusatzinhalte haben wollt, wie zum Beispiel die Gefährten, den Directors Commentary und den noch viel besseren Cast Commentary, den man sich anhören kann. Weil in den normalen Versionen, die verkauft werden, die re-released werden, sind diese ganzen Dinger gar nicht mehr dabei. Auch die ganzen Extras sind nicht mehr dabei. Die findet man nur auf den Collector's Editions von den DVDs, auf der Ultimate Collector's Edition von der Blu-Ray und jetzt auf die Ultimate Collector's Edition von der 4K-Version, die ich nicht nochmal 200 Euro für ausgeben wollte, weil ich ja schon die Blu-Ray besaß. Aber ich habe die normalen 4K-Versionen und da ist der ganze Zusatzschmonz nämlich nicht dabei. Jetzt musst du dich entweder irren oder ich habe eine dieser Versionen, denn ich habe mir eine Box gekauft mit allen Extended Editions. Ja, bei den Extended Editions, ja. Also bei den Extended Editions habe ich nämlich die Audiokommentare von Peter Jackson, vom Cast etc. Die sind alle dabei. Bei den Blu-Rays, aber bei den UHDs sind die eigentlich nicht mehr dabei. Dafür musst du nämlich diese 200, 300 Euro teure Collector's Edition holen, die Middle-Earth Ultimate Collection. Ja, ihr seht schon, da kann man sich drin verlieren, nicht nur in der Welt von Mittelerde, sondern auch in der Welt der Edition. Das ist ja fast genauso schlimm wie bei Star Wars, wie viele verschiedene Versionen es da gibt. Das ist noch schlimmer. Und vor allen Dingen sind die mit jeder neuen Version wieder ähnlich wie bei Star Wars überarbeitet und neu gemastert in der Richtung. Vor allen Dingen mit einem neuen Color-Editing dabei. Die Blu-Rays hatten damals das Problem, dass sie so einen, ich glaube, grünen oder blauen Stich oder so was da drauf hatten, der da mit rein editiert wurde. Und das wurde zumindestens jetzt in dem UHA-Release und den re-releaseten Blu-Rays, die dann auf diesem UHA-4K-Master basieren, wieder korrigiert. Und man sieht eigentlich fast jedes Mal eine leicht andere, eine minimal andere Version. Ist ähnlich, ist wie gesagt wie bei Star Wars. Man hat keinen Moment, bei dem wer zuerst schießt, aber man hat zumindestens ein leicht anderes Bild. Hast du da so ein bisschen Hintergrund zu, wirklich, warum das dauernd geendet wird? Ich meine, hier ist ja jetzt, der Peter Jackson kann ja jetzt nicht sagen, dass die technischen Möglichkeiten 2003 nicht zur Verfügung standen, um das alles zu machen. Nö, also 2003, als das Ganze rausgekommen ist. Ich meine, DVD war es sogar. Entschuldigung, 2001. Und dann kam die Blu-Ray, die DVD kam ja dann. Und die 2013 kam, glaube ich, 2010, 2013. Irgendwie so kamen die Blu-Rays raus. Ja gut, DVDs war es alles noch ein bisschen anders. DVDs ist übrigens für mich immer noch der geilste Sprung von VHS zu DVD in der Bildqualität, den ich jemals erlebt habe. Da ist leider Blu-Ray und UHD bisher nicht hinterhergekommen. Weißt du noch, was deine erste DVD war? Ich glaube sogar Star Wars. Nee, Matrix. Ich glaube, ich habe mir Matrix geholt und war davon hin und weg. In diesem Flipper-Cover? Es kann sein, ja. Mit dieser Klammer. Ja, es gibt aber ... Ja, genau, mit dem Ding. Ja, dieses alte, billige Ding mit dem Papp-Cover. Flipper heißen. Flipper hießen diese Cover. Flipper, ja. Ja. Und nee, ich weiß, dass ich einer der geilsten DVDs, die ich damals hatte, wo ich hin und weg war, war Star Wars Episode 2. Weil der Kampf von Obi-Wan im Weltraum gegen Jango Fett mit diesen Bomben, die da explodieren, das war damals ein geiler Sound-Effekt, den man so nicht auf VHS erleben konnte. Meine erste DVD war keine DVD, sondern eine Box. Ich hatte mir die Alien Quadrilogy-Box gekauft. Und da war ich auch ziemlich baff, wie geil das Bild bei Alien war. Also das Remaster auf der Blu-ray. Das war schon ein Knaller. Ja, auf der DVD, nicht auf der Blu-ray. Die kommt dauernd durcheinander. Ich glaube, ich habe noch 1.000 Mark für den Player bezahlt oder so. Oder 1.000 Euro. Ich hatte eine Playstation 2. Ich habe mir eine Playstation 2 geholt und damit hatte ich einen DVD-Player. Und ich muss sagen, die Zeiten damals waren besser. Klar hatte man dann ab und zu mal die falsch gepresste DVD, die man aber dann eintauschen konnte. Heutzutage hast du so Probleme, dass wenn UHDs rauskommen, dass nicht jeder Player die ordentlich abspielen kann. Und genau das hatte ich nämlich auch bei der Gefährten-Version, der ersten Disc, der Extended UHD. Da gab es ein paar Stellen, da musste ich Kapitel weiterspringen oder mir meine Apple-TV-Version dran machen, weil das auf der PS5 unglaublich geruckelt hat. Und das ist, die UHD ist einwandfrei, sauber. Da ist nichts dran. Das muss irgendwie an dem Playstation 5-Player liegen. Krass, okay. Nee, das hatte ich jetzt überhaupt nicht. Also ich habe ja die Blu-ray geguckt und da war alles so weit in Ordnung. Ja, ihr seht schon, man kann viel um den Film rumreden. Man kann viel über den Film reden. Vielleicht fangen wir doch mal so ein bisschen mit der Entstehungsgeschichte an. Da bist du ja jetzt so wieder ein bisschen in deinem Element. Ich weiß noch, dass der Peter Jackson mit der Idee rumgerannt ist wie Sauerbier und keiner wollte es haben. Keiner wollte es machen. Bis er dann, ich glaube, auf Brian Shea hieß der Produzent gestoßen ist, der dann gesagt hat, okay, ich mache das, aber ich mache nur drei Filme auf einmal. Entweder alle oder gar keinem. Und dann hat man in 18 Monaten die drei Filme runtergeschrubbt. So ungefähr. Ich glaube, es war noch ein bisschen anders. Ich glaube, es war noch so in der Produktion, dass es sowieso erst als einzelner gesamter Film angesetzt wurde und das dann später auf drei Filme geteilt wurde. Aber ehrlich gesagt, ich habe ja letztes Mal so dermaßen viel von der Entstehungsgeschichte vom Hobbit gesprochen. Vom Herrn der Ringe habe ich gar nicht so viel im Kopf, weil ich eher das in drin mit dem Buch vergleiche und die ganzen Produktionsdinger im Kopf habe, aber die Vorgeschichte mir gar nicht so dermaßen im Kopf rumschwirrt. Es gab auch ganz verschiedene Drehbuchentwürfe. Und im Grunde genommen ist der Peter Jackson so seit den 90ern damit rumgerannt. Ich meine, das ist ja auch etwas, wo man sagen muss, hm, kann man das denn noch gucken? Das ist ja Miramax. Miramax gehört zur Weinstein Corp oder gehörte zur Weinstein Corp. Dürfen wir das denn noch gucken? Vor allem hatte man ja damals auch mit Peter Jackson, der hatte ja eigentlich gar keinen besonderen Track Record. Also der hatte natürlich mit Braindead und Meet the Feebles zwar schon ein bisschen was hingelegt, aber das war ja dann doch eher so, wie soll man sagen, etwas, ja, nicht gerade Mainstreamiges. Ich weiß nicht, hast du mal Meet the Feebles und Braindead gesehen? Braindead, ja. Braindead ist doch mit dem Ohr in der Suppe, oder? Unter anderem auch. Ja, genau, genau. Das war einer der ersten richtigen, also Splatter-Horror-Filme, die ich von einem Freund ausgeliehen auf meinem VHS-Abspieler gesehen habe und den ich nicht viel gucken konnte zu der Zeit, als ich, ich weiß nicht, wann war das? Das war, wann war Braindead rausgekommen? Das war 94 oder 92 oder eben. 92, ja. 92. Ich glaube, ich habe den dann 94 Mal auf VHS bekommen und da war ich gerade elf Jahre in der Ecke und das war für mich als Elfjährigen schon echt an der Grenze, dass ich den nicht weitergucken konnte. Jahre später habe ich den auf einer LAN-Party irgendwann noch mal reingezogen und musste die ganze Zeit lachen. Aber so als Elfjähriger hat da gerade auch diese Szene, wo die Oma ihr eigenes Ohr verspeist, war da ganz schön ekelerregend. Ja, das war schon, ich habe den in Neuseeland gesehen, meine Gastfamilie hat mir den vorgeführt und meinte, you want to see a real New Zealand movie? Little did I know, was mich da so erwartet hat. Und ich muss sagen, ich fand den so sensationell, wie alt werde ich da gewesen sein, 16, 17. Ich fand den so großartig, dass ich den direkt die VHS zurückgespielt habe und direkt noch mal geguckt habe. Ich habe den zweimal direkt hintereinander geguckt. So großartig fand ich den. Vor allem die Szene am Ende mit dem Benzinrasenmäher, die, glaube ich, bis heute immer noch den höchsten Blatt-Count onscreen ever hat. Also da wurden mal kolportiert, die immer noch die höchste Anzahl an Kunstblut in der Filmgeschichte verschüttet. Aber das kann doch nur ein Gerücht sein. Ich meine, das Wichtige hier raus ist einfach, dass der Herr der Ringe, wie viele andere Romane, lange, lange Zeit als komplett unverfilmbar galt. Also da hat sich kaum einer dran gewagt, außer dass wir mal diese alte Zeichentrick-Verfilmung hatten, die jetzt noch nicht wirklich gut war in den 80ern. Und alles andere hat man zumindest zum damaligen Zeitpunkt aus Effektsicht, weil wir müssen ja dran denken, in den 90ern haben halt viele noch alles mit praktischen Effekten gemacht und Computer sah scheiße aus. Das galt als unmöglich. Was viele nicht dran geändert hat, trotzdem Computer einzusetzen. Ja, und das Tolkien-Estate ... I'm looking at you, Dungeon and Dragons. Das Tolkien-Estate, was dahinter ist, die haben das auch alles nicht sehr freiwillig gemacht, diese ganzen Umsetzungen, weil Tolkien selber war eigentlich eher dagegen. Der hat das aus finanzieller Not damals zugelassen, dass die Rechte überhaupt in die Welt nach außen hinausgehen konnten. Ich glaube, seine Frau war sehr krank und deshalb hatte er damals gar keine andere Wahl als ein bisschen Kohle daneben beizumachen. Und so sind dann über die Jahrzehnte die Filmrechte von einer Shell-Corporation zu einer anderen rübergehüpft, bis sie es dann am Ende zu dem Zeitpunkt gemacht haben. Zumindest das habe ich noch im Kopf, was die Vorproduktion angeht. Ja, es gibt so um Tolkien auch durchaus ein bisschen Trivia. Trivia, denn zum Beispiel ist Christopher Lee der Einzige, der ihn noch lebend kennengelernt hat. So alt wie der damals schon war, kein Wunder. Und so ein großer Nerd wie Christopher Lee immer war, auch kein Wunder. Den hätte ich wirklich ganz gerne mal zum Interview gehabt. Also ich glaube, Christopher Lee hätte eine Menge zu erzählen gehabt. Das wäre wirklich sehr lustig gewesen. Das war auch so ein bisschen das Problem mit Christopher Lee, dass er immer im Set war. Er war so eine Größe und so ein imposanter Schauspieler, dass ihn keiner unterbrechen wollte, wenn er in irgendwelchen Geschichten da ist. Und das hat dann schon einige Zeit in Anspruch genommen, bis die endlich mal zu ihren Szenen gekommen sind. Da kommen wir bestimmt auch bei Two Towers dazu. Es hat auch durchaus einen Grund, warum in der Filmversion sein Tod etwas geschnitten war. Aber dazu dann bei Die Zwei Türme mehr. Jetzt sind wir erstmal beim Fellowship of the Ring, Die Gefährten. Genau. Und ich habe ja wie immer einfach mal rausgesucht, wie ist denn der Film so bewertet worden. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist mit der bestbewerteste Rotten Tomatoes Film, der uns jetzt so in unseren Besprechungen untergekommen ist. Was glaubst du denn, wie der so bei den Kritikern abgeschnitten ist? Naja, das Ding hat eine der beliebtesten Filmtrilogien aller Zeiten hinausgestampft. Also wird der recht hoch sein. Das ist ja irgendwie bei seinen 99 ... Ich weiß nicht mehr, wie Rotten Tomatoes, wie der Score da ist. 9.7 oder irgendwie sowas? Ne, also du kannst Prozent, 100 Prozent. Genau. Es sollte recht nah an die 100 Prozent rangehen. Ja, 91 Kritik-Score und 95 Prozent Audience-Score. Ja, glaube ich gerne. Also das sind Werte, die spielen dann in einer Liga wie der erste Star Wars oder der erste Indiana Jones und so weiter oder der erste Jurassic Park. Also praktisch immer so die ersten Teile. Und ich bin mal gespannt, ob in der Folge dessen die nächsten zwei Teile dieses Niveau halten. Also wir haben gesagt, 2001 ist er im Kino erschienen. Und wir haben es in unserem ersten Cast auch schon mal ein bisschen erwähnt. Für mich war das damals so der erste wirkliche Berührungspunkt neben dem, dass, wie gesagt, ein Grundschulfreund, der Vater immer mit dem Hobbit da so ein bisschen vorgelesen hat. Aber ich habe das alles nie gerafft. Und dann hatte ich halt da eben dieses Hörbuch oder dieses Hörspiel vom Hobbit. Aber mit dem Herr der Ringe an sich hatte ich irgendwie nie was zu tun. Und habe den dann erst also im Kino zum ersten Mal gesehen. Und das war eine dieser wenigen Kinomomente, wo die Leinwand am Ende fertig oder schwarz wurde. Und man konnte es nicht erwarten und wollte es sofort weitergucken. Also das war ja unglaublich. Das weiß ich noch. Definitiv. Also ich habe es vorher, ich habe es damals auch schon erzählt, ich habe es an irgendeinem Zeitpunkt, als ich für meinen Vater im Büro gearbeitet habe und Stoffteile sortiert habe. Der hatte damals eine Produktion für Herrenjacken. Und dann hat man als Schüler immer so in den Sommerferien da ein bisschen arbeiten können und musste Stoffmuster erfüllen und so ein Scheiß. Das werde ich nie wieder in meinem Leben machen. Davon habe ich die paar Sommer, wo ich das gemacht habe, genug von gehabt. Aber zu einem dieser Jobmöglichkeiten, ich glaube, das war, als ich kuvertiert habe bei dem, habe ich, ich meine, das war das WDR-Hörspiel, habe ich mir das durchgehört. Und das war der erste richtige Berührungspunkt mit Herr der Ringe. Aber da man es über die Sparte so ein bisschen gehört oder gelesen hat indirekt, war man gar nicht so tief drin in diesem Phänomen, was das eigentlich war. Ich meine, das Ding ist vor vielen, vielen Jahren rausgekommen. Das hat Generationen von Nerds geprägt. Aber erst die Filmtrilogie hat das Ganze in einen Kultstatus, in einen Massenstatus hinausgehoben. Und ähnlich wie bei Star Wars habe ich es auch nicht kapiert. Bis bei Star Wars waren es dann die zweiten, die Sequels, die Prequels, die rausgekommen sind, wo ich dann richtig eingestiegen bin. Bei der Herr der Ringe waren es dann die hier. Und da hatte ich mir dann wirklich nochmal die grünen Versionen der Bücher in der Margret-Coro-Übersetzung, die einzige Übersetzung, die für mich gilt, durchgesehen. Und war auch, also als ich im Kino war, ich wusste noch, was auf mich zukommt. Aber das, was einem dann auf der Leinwand präsentiert wurde, wo wirklich die Bilder zum Leben erweckt worden sind, weil zumindestens für damalige Verhältnisse so unglaublich nah alles am Buch dran war, war man einfach nur baff. Und das, obwohl trotzdem so viel fehlt und trotzdem so viel anders gemacht wurde, ist es immer noch eine der, da hast du vollkommen recht, so der mit, die die authentischsten Buchverfirmen, die ich kenne, die auch in vielen Elementen einfach den Spirit einfängt. Nicht überall, definitiv nicht. Aber ich finde, die Änderungen, die gemacht wurden, tragen doch sehr dazu bei, dass der Film so gut ist, wie er ist. Denn es gibt einige Elemente, Stichwort Tom Bombardier, da kommen wir auch gleich noch drauf, die hätten einfach irgendwie in diese Tonality einfach nicht so reingepasst. Und deswegen ist es an den Stellen durchaus gut gelungen. Ja, zwei Versionen gibt es, wie gesagt. Die Kino-Version, die haben wir alle damals gesehen. Die war ja mit 171 Minuten. Ich meine, das ist heute ein durchschnittlicher Marvel-Film. Diese wurde noch mal aufgebohrt in die Blu-Ray-Version, die am Ende 228 Minuten hat. Also die ist noch mal einen Ticken länger als die Extended Edition. Und man darf nicht vergessen, als das damals rausgekommen ist, war man solche Art von Trilogien oder Fortsetzungsfilm-Serien, war der Otto-Normal-Zuschauer noch gar nicht gewohnt. Die meisten, die ich kannte, die da rausgegangen sind, denen war gar nicht bewusst, dass da noch was kommt, dass das Ganze in einem Cliffhanger endet. Ich meine, heute ist jede zweite Filmreihe mit einem Cliffhanger zu Ende, weil es eine Fortsetzung gibt. Aber damals hatten alle keinen Plan, als dann Frodo auf Mordor und die Emin Mui und alles drüber gesehen hat, dass es, die wussten gar nicht, dass da noch so viel kommt. Das war so, also ich wusste schon noch, dass das jetzt weitergeht, aber man wusste natürlich nicht, wo das jetzt der Break ist, weil ich ja die Story in dem Sinne auch nicht kannte, so genau. Und das ist aber dann ganz ehrlich auch ein bisschen eine Erleichterung, denn treue Hörer werden es wissen. Ich war sehr hibbelig bei der aktuellen Dune-Verfilmung. Warum? Weil ich ja wusste, dass das der erste von zwei Teilen ist. Und ich wusste halt nicht, wo sie den Break machen. Und ab so einem gewissen Punkt im Film, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, weil du musst ja bei diesen Premieren immer das Handy dann abgeben und dann kannst du ja nicht auf die Uhr gucken, hatte ich halt so ein bisschen das Zeitgefühl verloren und wusste halt nicht, okay, wie lange haben wir denn noch und wo ist denn jetzt der Break? Und ich habe dann im Grunde genommen ab der Sequenz, wo also Paul und Jessica in die Wüste verbannt werden, permanent drauf gewartet, dass jetzt, jetzt ist er vorbei. Ah ne, jetzt geht es noch weiter. Jetzt ist er vorbei. Ah ne, jetzt geht es noch weiter. Jetzt ist er vorbei. Und da, wo dann der Break am Ende war, habe ich mir gedacht, okay, das hätte ich jetzt an der Stelle gar nicht gemacht. Aber okay, gut, mal gucken, wie viel sie dann in den zweiten Teil reinpacken. Aber das hat mich wirklich einen Ticken hibbelig gemacht eine ganze Weile. Ja, und da muss ich sagen, das ist einer der Punkte, wo die Filmreihe definitiv Verbesserungen, zumindest aus meiner Sicht, gegenüber der Buchreihe einnimmt. Weil, ich meine, wir springen jetzt gerade schon ganz kurz zum Ende, aber die Bücher enden damit, dass das erste Buch, beziehungsweise das zweite Buch, die Bücher selber, die Gefährten ist ja auch in zwei quasi Teile aufgeteilt, in zwei einzelne kleine Bücher. Und das Buch endet damit, dass Frodo und Sam über den Fluss mit dem Boot drüber sind. Und die ganze Szene, was jetzt mit Legolas und Gimli und Boromir passiert und den anderen Hobbits, das wusste man in den Büchern nicht. Das wurde auch nicht groß angeteasert. Dafür musste man auf das zweite Buch warten oder es lesen. Ich weiß, dass Merry und Pippin in dem ersten Herr der Ringe noch nicht entführt werden. Das kommt, glaube ich, auf den ersten zwei Seiten in zwei Türmen oder so. Also, das ist dann, Boromir lebt, glaube ich, auch noch, wenn ich mich recht entsinne. Naja, da ist da doch schon sehr parallel passiert, erfährt man eigentlich nur die Seite von Frodo und Sam. Und da muss ich ehrlich gesagt, auch gerade, wenn wir jetzt vielleicht später in den zweiten Teil irgendwann gehen, denken, wie viele Autoren sich von dieser Art von Storytelling haben inspirieren lassen. Weil das zweite Buch hat es ja auch strikt geteilt in Charaktere. Erstmal geht es um Aragon und Co. Und dann im zweiten Teil geht es erst wieder um Frodo und Sam. Und ich musste, als ich es wieder gelesen habe oder gehört habe, weil ich habe mir die Hörbücher diesmal durchgehört, total an George R. R. Martin denken, wie er teilweise mit seiner Game of Thrones-Reihe umgegangen ist, wo man ein ganzes Buch auch nichts von Tyrion erfährt. Das greift so ein bisschen um sich, dass man seitenweise, kapitelweise, filmeweise, folgenweise, manchmal von ganzen Handlungssträngen gar nichts mitkriegt. Also, da ist ja, keine Ahnung, wer es erfunden hat, aber da gibt es also einige, die das so machen inzwischen. Aber vielleicht steigen wir doch einfach in der Tat beim Anfang mal ein. Und sehen direkt die erste Änderung bei der Extended Edition zum Normalen, beziehungsweise sehen wir erst später die erste Änderung. Wir haben halt unseren Prolog, der von Galadriel gesprochen wird, die ganze Geschichte des Rings, wo ich im Audiokommentar, den ich mir angehört habe, das ganz faszinierend fand, dass die erst in der Produktion so gearbeitet haben, dass die gar kein Prolog machen wollten. Äh, die wollten das komplett weglassen und das alles in der Story durch Gandalf erfahren, so wie es auch im Buch ist. So wie in, ähm, ähm, Hobbingen, äh, das Gandalf, äh, im Foto erzählt, würden wir als Zuschauer auch erst mehr über den Ringen und das ganze große Drumherum erfahren, wenn wir denn weiter im Film drin sind. und der Prolog wurde den relativ spät von den Produzenten aufgedrückt. Die haben den schon mal geschrieben, haben den dann weggeworfen, weil sie dachten, wir möchten keinen Prolog haben. Und irgendwann kam, äh, kam das Studio an und sagt, als die ersten Versionen gesehen haben, nee, ihr braucht unbedingt einen Prolog. Und dann haben sie ihn wieder aus der Kiste geholt und dann auch nicht Frodo sprechen lassen, sondern Galadriel. Aber sind wir ehrlich, das ist doch ein Prolog by the book. Also that's how you do a Prolog. Also viel besser geht's gar nicht. Der funktioniert auf so vielen Ebenen. Erstmal setzt er technisch gleich mal eine Messlatte. Ja, also wenn du zum allerersten Mal die Elben siehst, wie die da so, ähm, in Synchron ihre, ihre Schwerter da rausziehen und so weiter, bist du schon mal geflasht. Dann hast du gleich mal diese epische Schlachtszene und du wirst sofort reingeführt in diese Ringe. Und was die bedeuten. Aber da hab ich trotzdem so mal eine Frage an dich und das können wir ja gleich schon mal ein bisschen mit anfangen. Was machen denn diese Ringe? Also warum sind die im Grunde genommen so wichtig und wer schmiedet die? Oder werden wir das alles erst genau in der Serie Die Ringe der Macht erfahren? Also diese ganze Geschichte rund um das Schmieden der Ringe der Macht, die findet in der Tat im zweiten Zeitalter statt. Und Sauran schmiedet die eigentlich nicht selber. Sauran schmiedet den einen Ring selber. Im Geheimen. Aber ansonsten zeigt er den Elben und den Zwergen, wie sie die Ringe anfertigen und den Menschen. Also er ist dabei und in einer Form eines anderen lässt er die schmieden und zeigt ihnen, wie sie ihre Macht darin quasi abspeichern können. Was mich auch, je mehr ich drüber nachgedacht hab, als ich den Film geschaut hab und das Buch gehört hab, es ist auch wieder was inspirierendes, das hat sich gefühlt J.K. Rowling genommen, um über die Horrorkruxe zu schreiben. Weil letztendlich ist es ja auch nichts anderes, dass in den Horrorkruxen die ganze Macht von vom Dark Lord, von ihm, der nicht genannt werden soll und dessen Namen ich gerade nicht je kommt. Voldemort, Voldemort, Voldemort. Voldemort, Voldemort. Das hatte für mich auch, als ich bewusst drüber nachgedacht hab, na klar ist das eine Inspiration für Rowling gewesen, um die Horrorkruxe zu schaffen. Ja, aber im Prinzip läuft es so, Sauron hilft den Ganzen ihre Ringe zu schmieden, aber im Geheimen schmiedet er den einen Ring, der die Kontrolle über alle andere Ringe hat. Und in dem Moment, wo er die aufsetzt, merken die Elben das und schaffen und die Elben schaffen es, sich dem zu entziehen. Die Zwerge sind zu hart im Nehmen, dass er die komplett übernehmen könnte und nur die Menschen verfallen ihm dann und werden zu den Ringgeistern. Haben denn die anderen Ringe auch irgendwelche Kräfte, also machen die unsichtbar, kann ich fliegen, Röntgenblick, Laseraugen? Ja, also sie sie vergrößern zumindestens die Macht der Träger in dem Fall, vor allen Dingen bei den Elben. Hier sieht man es in einer Nebenszene in die Gefährten, wo Galadriel ihren Ring, Nenniel, glaube ich, zeigt und wo die sind in Lothlorien. Lothlorien ist quasi ein Platz, wo die Welt mehr oder weniger eingefroren ist, wo man noch den Glanz vergangener Zeiten sehen kann und das wird vor allen Dingen auch durch den einen Ring und durch Galadriel gefördert. Also in dem Moment und deshalb ist sie auch ein bisschen in Zwiegelspalten, dass sie einerseits Frodo unterstützen möchte, den Ring zu zerstören, aber sobald der eine Ring seine Macht verliert, verlieren alle anderen Ringe auch ihre Macht und dementsprechend würde Lorien oder geht Lorien später auch in seinem Glanz unter. Und was meinst du, sehen wir dann jetzt in dieser Serie? Warum heißt die Serie dann die Ringe der Macht? Also sehen wir da die Vorgeschichte vor der Vorgeschichte? Also wie Sauron aus seinen Windeln entsteigt? Das ist die große Frage, die sich alle fragen, was sehen wir denn? Wir werden eine komprimierte Version vom zweiten Zeitalter sehen und im zweiten Zeitalter geht es einfach um, nachdem der Krieg des Zorns herum ist und Morgos, der ursprüngliche Bösewicht besiegt wurde, wurde den Menschen als Dank dafür, dass sie alle unterstützt haben, dieses Heilige Königreich gegeben. Mehr oder weniger Atlantis ist Númenor. Und da geht es um den zweiten Alter geht es um, im Gegensatz zum ersten Zeitalter, wo es viel um die Elben ging, gibt es im zweiten Zeitalter viel um die Menschen und wie die Menschen an ihre Macht kommen und groß werden. Und der Aufstieg und Fall von Númenor, weil Númenor, Spoiler, als Insel, wird irgendwann im Laufe des zweiten Zeitalters im Meer untergehen, weil Sauron es geschafft hat, die Menschen so dermaßen zu verderben, dass sie quasi auch wieder eine Religion schaffen und die Götter damit entzürenen und die Götter die Welt verändern, sodass einerseits Númenor untergeht und so weiter und so fort. Und während dieses zweiten Zeitalters werden gleichzeitig auch die Ringe erschaffen durch Sauron und ein paar Elben und ein paar Schmiede und auch Zwergenschmiede ist glaube ich auch dabei bis hin zu dem, dass alle erkennen ja Sauron hat uns alle verraten, wir müssen gegen ihn kämpfen, bis zur letzten Allianz zwischen Elben, Zwergen und Menschen und den ganzen freien Völkern Mittelerdes, in dem sie im großen Krieg Sauron gegenübertreten und wo Elendiel, wo Isildur Sauron besiegt und dem den Ring der Macht abschneidet. Also das ist quasi das Ende des zweiten Zeitalters und die Vermutung ist, dass wir in der Serie in sehr komprimierter Form diese diese vielen vielen Jahre sehen werden, denn das zweite Zeitalter hat in Jahren eigentlich 3441 Jahre, so wie ich es gerade hier in Wikipedia vor mir liegen habe, umgerechnet und aber ähnlich wie es hier in den Filmen geschehen ist, wird man sicherlich sich einige Freiheiten nehmen, um nicht alle tausende von Jahren drüber springen zu müssen. Naja, Jahre und Abkürzen, das zieht sich ja auch durch diese ganze Filmreihe, also da werden ja etliche Wochen, Monate und Jahre gerafft, da kommen wir gerade auf der Reise, können wir da auch nochmal ganz kurz drüber sprechen. Also wir haben gesagt, dieser Prolog ist durchaus so How to do Prolog, da würde man sich bei der einen oder anderen Filmreihe, Serie sowas gerne mal wünschen, dann hat man es nämlich auch weg, weißt du, dann kannst du in deinem Pacing vom Film, brauchst du dich damit nicht mehr aufhalten, dann kannst du zwar noch ein bisschen anreichern, aber du musst dann nicht die Handlung dauernd unterbrechen, indem du wieder die eine Expositionsbombe nach der anderen zünden musst, die dann halt immer dein Pacing zerstört. Und Peter Jackson und Fran Walsh und alle anderen hatten auch riesige Probleme mit diesem Prolog, den ordentlich zu schreiben, weil die Kunst bei einem guten Prolog ist einfach, sich nicht komplett in Expositionen zu verlieren, du kannst hier, könntest du x Namen reinwerfen aus dem Tolkien-Lore, die da irgendwas zu suchen haben, weil da alle möglichen Leute dabei sind. Das interessiert in dem Fall aber nicht und hier haben sie es dann geschafft, wirklich die Essenz des Ganzen rauszunehmen, das ja dann später durch ergänzende Rückblenden nochmal vervollständigt wird, um das Wichtigste zu sagen, Sauron hat alle betrogen, in einer letzten Allianz wurde er besiegt, ihm wurde der Ring abgenommen von Isildur, Isildur als Name nochmal sehr wichtig, weil er viel mit Aragorn zu tun hat, der Ring verschwindet, wird aufgenommen von Gollum und kommt in die Hände von Bilbo, in diesem Fall Ian Holms und landet dann über die Jahre irgendwann im Auenland. Und das ist, also ich muss sagen, in diesem, was war das, 9-Minuten-Prolog oder so, das ist quasi die Blaupause für alle, die irgendeine Art von Prolog versuchen, nicht zu viel reinpacken, aber gerade genug, damit es der Zuschauer versteht. Und wir haben es ja gesehen, nach dem Herr der Ringe gibt es so viele Filme, die versuchen, diese Art von Prolog nachzuahmen und wo meiner Meinung nach keiner bisher in irgendeiner Art und Weise erfolgreich war. Würde ich absolut zu unterschreiben, das Letzte, wo ich es mir gewünscht hätte, dass man sowas macht, weil ich glaube, das hätte vielen Zuschauern auch den Einstieg erleichtert, wäre Dune gewesen. Ich glaube, bei Dune ein Prolog gemacht hätte, ähnlich in dieser Geschichte, es gab ja einen, aber der war dann nur über diese Mosaiktafel und so, nee, das hätte ich anders gemacht, aber gut, okay, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber was ich allein zu diesem Prolog nochmal sagen kann, weil uns wird ja als erstes hören wir eigentlich in diesem ganzen Film Galadriel als diejenige, die übergreifend alles mitbekommen hat und die einfach eine wichtige Persönlichkeit in dieser Welt ist und so wie Galadriel von Tolkien beschrieben wird als Schönheit, die aber eine Macht ausstrahlt und auch mit einer tiefen Stimme ist, muss ich hier betonen, Cate Blanchett, die absolut perfekte Besetzung gewesen, diese Tiefe, die die in ihre Stimme, das Dunkle, was die mit reinbekommt in der Erzählung, macht einem jedes Mal, wenn man es hört, wieder Gänsehaut. Ja, ich glaube, sie haben das auch im Trailer schon verwendet, im allerersten Trailer, den man so gesehen hat, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon zumindest die ersten Sätze so, the world is changing und so was, das war schon nicht schlecht. und auch noch, was sie hier schön gemacht haben, also ich habe immer so ein paar kleine Titbits, die ich aus dem Audio-Kommentar mit reinhauen kann, der Rückblick von Ian Holmes, den übrigens alle gesagt haben, das war die einzige Wahl für Bilbo, für Peter Jackson überhaupt, der konnte sich keinen anderen vorstellen, er spielt ja nochmal eine jüngere Version von Bilbo da, die 60 Jahre jüngere Version, obwohl der Ring ihm ja geholfen hat, nicht wirklich zu altern. heutzutage würde man das mit einem Filter machen, mit so einem De-Aging-Ding. Damals haben die ohne Witz Ian Holmes' Gesicht getapet, dass die Falten möglichst rausgeglättet worden sind. Und merkt man es? Nein. Sieht es gut aus? Ja. Ja, genau. So, und das kostet wahrscheinlich 4,50 Euro fürs Tape. Ja, und es sieht einfach viel besser aus. Man hat nicht diesen komischen Glow-De-Aging-Effekt, den man jetzt überall bei Marvel hat. Meinetwegen recastet dann auch die jüngeren Leute. Kann doch auch funktionieren, da gibt man ein paar anderen Schauspielern auch noch ein bisschen Arbeit. Aber praktische Effekte, das sieht man hier an allen Ecken und Enden, heben, ja, ein paar Effekte sind ein bisschen schlecht gealtert, natürlich Sauron und Co., man sieht, dass das Ding 20 Jahre alt ist, ist aber völlig in Ordnung, die Gesamtstimmung passt einfach. Ich glaube, dass man dem Zuschauer einfach sowas heutzutage, und das meine ich jetzt auch schon damals, irgendwie nicht mehr zutraut. Man traut den Leuten nicht mehr zu, dass sie mit einem anderen Schauspieler dann zurechtkommen. Das Problem beim Casting eigentlich ist, was eher, dass viel zu oft der gleiche Typ gecastet wird und die Leute einfach viel zu ähnlich aussehen. Du denkst so, Moment mal, ist das jetzt der? Ach nee, das ist ein anderer, aber der sieht doch genau gleich aus. Statt man da ein bisschen der mal ein bisschen drauf achtet, dass man mal, weißt du, was gar nicht mehr vorkommt, was früher ganz oft passiert ist, man castet überhaupt keine Gesichter mehr. Früher hat man so Gesichter gecastet, so Leute, die hatten große Nasen, abstehende Ohren, keine Ahnung was. Das passiert überhaupt nicht mehr. Charakteriköpfe, Charakterköpfe. Und wo wir gerade bei der Besetzung sind, ich meine, ein Aspekt wäre ja, und das hätte, glaube ich, durchaus ein bisschen was geändert, wenn ja Viggo Mortensen ist ja erst so ganz kurz vor Schluss, beziehungsweise, was heißt kurz vor Schluss, die haben schon gedreht, da haben sie ihn reingeholt. Eigentlich sollte, wie hieß der Bruder? Stuart Townsend. Stuart Peterson. Äh, Townsend, genau. Stuart Townsend sollte den eigentlich spielen. Ja, hätte er mal lieber, dann wäre seine Karriere nicht mit Queen of the Damned zu Ende gewesen. Ja. Und der hat sich aber, ja, also erstmal war er am Ende des Tages den Produzenten auch zu jung für einen 68-Jährigen. Gut, das war jetzt Viggo Mortensen auch nicht, aber der hat sich wohl nicht ganz so doll am Set benommen. Der wollte irgendwie nicht reiten lernen und kämpfen, hat auch nicht so Bock gehabt und Proben war auch nicht so seins und hat man ihn nach zwei Drehtagen wieder gefeuert und dann musste man schnell einen Ersatz finden und es wäre ja fast Russell Crowe geworden. Nur Russell Crowe hatte gerade erst ganz anderes gewesen. Allerdings wäre ein komplett anderer Charakter gewesen, aber Russell Crowe hatte gerade erst Gladiator gedreht und hatte keinen Bock, dass er schon wieder in so einem für ihn Sandalenfilm und Schwertkampffilm drin ist und dann am Ende nur noch auf diese Schwert und Geschichten festgelegt, deswegen hat er das abgelehnt und der letzte im Bunde, der auch abgesagt hat, war dann Jason Patrick gewesen und der hätte ja durchaus schon so ein bisschen besser gepasst, ja, als die Person, die dann, wo es dann Viggo Mortensen geworden ist. Wäre jetzt nicht überlegt, wer war jetzt nochmal Jason Patrick, den habt ihr vielleicht in Sleepers gesehen, den könntet ihr in Speed 2 gesehen haben, aber den, ja, der hat auch danach nicht mehr so viel gerissen. Das sind so die klassischen Fehler in der Karriere. Ja, und auch einfach manchmal das Glück, irgendwie, wie es reinkommt. Ich meine, eine der klassischen Casting-Dinger war ja auch, dass Michael J. Fox in Zurück in die Zukunft reingekommen ist, weil sie ja das vorher auch mit einem anderen Schauspieler Monate schon gedreht oder Wochen schon gedreht haben. Ja, ganz genau. Aber wir schweifen schon wieder ab. Ich wollte ja eigentlich, und das ist der nächste Stichpunkt, den ich mir notiert habe, nach diesem tollen Prolog, ist erstmal Auenland-Porn. Das ist der erste Teil des Auenland-Porns, der im Hobbit war, natürlich nur ein ganz mieses Rehash, um diesen Spirit nochmal einzufangen, den man hier und ganz besonders in der Verbindung mit Musik von Howard Shore einfach nochmal erlebt. Also diesen Score, können wir mal kurz über den Score sprechen, ja. Ja. das war glaube ich mit der letzte Score, den ich mir wirklich dezidiert auf einer CD gekauft habe und das war ein Score, der lief wirklich nicht nur bei mir, sondern bei ganz vielen Leuten rauf und runter. Man saß abends zusammen in der Küche bei einem Bier und im Hintergrund lief der Herr der Ringe Score. Das war völlig normal. Es ist einer dieser absoluten Klassiker, die direkt bei den ersten Tönen in Verbindung mit dem Herr der Ringe und dieser Filmerfahrung einhergehen und immer noch für mich einer der größten Filmscores, die es gibt. Und das hat seitdem auch fast kein Score mehr geschafft. Ich bin ja da jemand, der sich immer wieder darüber beschwert, dass es heutzutage mehr oder weniger nur aus Geräuschen besteht. Ich war hier im Zimmer, können wir auch mal darüber reden. Aber das ist wirklich also ein Score, der hat noch A, eingängige Melodie, also das Hobbit-Thema kannst du nach dem ersten Mal zumindest schon halbwegs mitpfeifen. Das Gefährten-Thema, das hast du auch ja, absolut. Und das Gefährten-Thema, das hast du auch relativ drin. Und so muss für mich die Musik bei einem epischen Abenteuer-Helden-Film sein. So und nicht anders. So gehört sich das. Definitiv. Übrigens zum, also das hier sollte übrigens der eigentliche Einstieg in den Film sein. Bevor die den Prolog wieder reinnehmen mussten und dann reingenommen haben, sollte das der eigentliche Anfang des Films sein. Und diesen Anfang, den haben wir dann auch wieder nur in der Extended-Version, weil in der Kino-Version ist das zum Beispiel nicht mit drin. Naja, es ist nicht ganz so lange mit drin. Es ist schon mit drin, aber nicht ganz so lange. Genau, aber es ist jetzt nicht ganz mit dem, mit der Einleitung von Bilbo drin. Nein, das stimmt, genau, aber es ist fast zwei Minuten länger in der Extended-Version. Und weiß. Aber dieser, dieser, kann ich ganz so sagen, oder dieser, dieser, das Auenland, ganz ehrlich, auch hier nochmal der Schulterschluss zum Prolog, durch die Bedrohung, die im Prolog aufgebaut wird, wirkt die heile Welt noch viel schützenswerter. Weißt du, wenn du sonst mit Hobbing, mit Hobbing in den, in den Film einsteigst und erst mal diese heile Welt siehst, aber von der Bedrohung noch gar nichts weißt, geschweige denn, sie irgendwie einordnen kannst, dann fehlt dir hinten so ein bisschen, ja, oder andersrum, wie sagst du immer so schön, mit dem Hitspruch, der Zuschauer weiß mehr als die Protagonisten und genau so ist es dann. Du weißt hier schon, welche Bedrohung kommt und dann tun dir diese putzigen Hobbits einfach doppelt leid und du leidest doppelt mit ihnen und du möchtest doppelt mit ihnen auf die Reise gehen. Definitiv. Übrigens zum Namen selbst, das Auenland ist ja im Englischen The Shire. Weißt du, warum das als Auenland übersetzt wurde? Weil Shire eigentlich eine ganz andere Übersetzung hat. Weil es grün und voller Flüsse ist. Voller Auen. Weil Shire im Deutschen eigentlich näher und Tolkien als Sprachspezialist hat auch selber gesagt, am nächsten wäre im Deutschen für ihn der Begriff Gau, also ein Gau. Und ein Gau ist halt ein Bereich, eine Landschaft mehr oder weniger und die ist leider auch wieder wie vieles im Deutschen durch die NS-Zeit ziemlich kaputt gemacht worden, weil die Territorien in Gauss Gaue gegliedert wurden im Deutschen Reich. Und deshalb war dieser Begriff leider so vorbelastet, dass sich die Margret Corot, die es damals übersetzt hat, nun das Auenland ausgedacht hat. Die offizielle Pons-Übersetzung ist übrigens Grafschaft. Ah, okay. Aber das würde halt nicht passen zu den Hobbits, weil die sind keine Grafen, die haben keine Grafschaft. Genau. Und wie gesagt, in dem Fall, das hat Tolkien selber gesagt, wäre für ihn das am nächsten gewesen, wenn es nicht so belastet gewesen wäre. Ja, also wir sind in Hobbiton, Hobbingen, Hobbington, Hobbingen. Wir hüpfen wie auch schon die anderen Casts zwischen dem Deutschen und den Englischen Begriffen hin und her. Ihr wisst immer, was wir meinen. Und dann sind wir also bei dieser wunderbaren Geburtstagsfeier, dem 111. Geburtstag. Man könnte ja fast sagen, der gute Bilbo ist ein Garnevalist, dass er seinen 111. Geburtstag feiert und auf dem verschwindet er dann. Aber vorher werden auch noch mal nett alle Charaktere eingeführt. Also wir lernen schon mal Frodo kennen, wir lernen schon mal Gandalf kennen, wir lernen Merry und Pippin kennen, also den Comic Relief und wir haben auch schon Samwise Gamgee getroffen. Also wir haben alle in den ersten 15, 20 Minuten getroffen, die wir kennenlernen müssen und jeder kriegt auch, und das finde ich immer so schön, schon so einen kleinen Charakter-Arc einfach mit. Also Merry und Pippin sofort als Duo, die immer ein bisschen Unsinn machen, sind dann dabei, du hast sofort im Grunde genommen die Freundschaft zwischen Frodo und Sam wird sofort angedeutet, du weißt, dass der Gandalf ein netter Dude ist und keine miesen Socke und so weiter. Also das passt einfach, da braucht man nicht viel zu sagen, aber selbst wenn du überhaupt nichts davon weißt, du bist sofort drin. Ja und das ist so eine der Verbesserungen oder Kürzungen, die im Film wunderbar funktionieren, weil man sieht es an kleinen Dingen, dass die Filmemacher so das Herz des Ganzen begriffen haben, sich aber Freiheiten genommen haben, um etwas zu verändern. Die ganze Geschichte, wo Gandalf am Anfang reinreitet und dann für die Kinder das Feuerwerk zündet, ist im Buch komplett umgekehrt. Der lässt da keinen einzigen Kracher da fliegen und alle Kinder sind total enttäuscht hinter ihm und müssen dann auf den Geburtstag einfach warten. Oder solche Sachen, dass wir Mary und Pippin hier sehen in der Art und Weise. Das zeigt wieder, wie komprimiert einfach das Ganze ist, weil diese Geschehnisse sind eigentlich noch 20 Jahre bevor Frodo überhaupt loszieht. Also im Film wurde das Ganze ziemlich komprimiert. Hier ist es so, außerdem hat Frodo übrigens am gleichen Tag Geburtstag wie Bilbo, also es ist mehr oder weniger doppelter Geburtstag, den die da feiern. Gandalf kommt an, Gandalf hilft in Vorbereitung, Frodo weiß auch im Buch schon, dass Bilbo plant abzuhauen in dem Fall. Und Mary und Pippin, Frodo ist zu der Zeit ungefähr 33, glaube ich, weil das das ist. Er ist 33, ja. Genau. Und mit 50 geht er. Mit 50 geht er und mit 33 ist er hier und die wird hier erst mal volljährig, weil die Hobbits werden erst irgendwie mit 33 volljährig. Und Mary und Pippin sind 20 Jahre später eigentlich viel jünger als er. Frodo ist so ein bisschen schon der alte Sack, als er loszieht. Aber hier sind die alle aufs gleiche Alter gepackt. Also Sam und Pippin und Mary müssten hier noch kleine Kinder sein, wo das Ganze passiert. Ja. Das ist so die erste große Raffung neben dem eigentlichen Weg. Ja, aber wo die... Denn der Gandalf braucht auch viel länger zum Recherchieren, was der eine Ring ist. Hier wird ja und gerade noch mal in dem Tie-In mit dem Hobbit wird ja dann so suggeriert, er wüsste eigentlich schon, worum es geht. Also er muss zwar noch mal kurz noch mal nachgucken, aber das dauert noch ein paar Tage. Ja. Er vermutet hier schon vieles, aber er ist sich einfach immer noch nicht sicher. Übrigens auch in der Szene, wo Bilbo verschwindet, das ist eine der Sachen, wo ich mir gewünscht hätte, dass es vielleicht nicht so ganz abgeändert haben. Natürlich ist es für den Zuschauer, der sieht als erste Mal, wie der Ring so dann richtig funktioniert neben dem Prolog. Aber wenn Bilbo verschwindet vor der ganzen Menge, haut Gandalf im Buch noch mal einen kleinen Blitz raus. damit auch keiner mitbekommt, dass das aufgrund eines Zauberringes da passiert, so ungefähr. Ja, und hier zieht er ja sofort die Augenbraue hoch und da weiß man, oh oh, da ist was im Busch. Ja, ja. Nee, hier ist das alles von langer Hand geplant und alle, also Frodo und Gandalf wissen da Bescheid. Und Bilbo haut auch nicht allein ab. Der haut auch mit einer kleinen Zwergenkompanie über Nacht schnell ab, die ihm ein bisschen beim Tragen helfen und so. Ist alles, also es sind alles, man versteht, warum sie es gekürzt haben und es ist gut so, dass sie es gekürzt haben, weil anders würde es gar nicht funktionieren in so einem Film. Jetzt brauchen wir, glaube ich, nicht jede einzelne Szene nacherzählen. Ich glaube, ihr kennt das alle und in dem Tempo, dann würden wir noch fünf Stunden, dann könnten wir aus dem Cast hier schon eine Extended machen. machen, aber trotzdem natürlich jetzt mal ein paar Markpoints, die so in diesem Film natürlich auch einem im Gedächtnis geblieben sind, denn ich glaube, ich behaupte einfach mal, das ist ein Film, an den erinnern sich noch viele Leute relativ genau, auch wenn sie ihn noch nicht so oft gesehen haben. Denn die einzelnen Punkte sind doch sehr prägnant und dazu zählt, glaube ich, diese wirklich richtig spannend und gut gemachte Flucht der ersten Hobbit-Bande vor den Ringgeistern, von denen man ja noch am Anfang gar nicht so genau weiß, wer sind die überhaupt und wo kommen die her und das ist schon relativ beeindruckend und auch richtig gut gemacht, obwohl die eigentlichen Mittel und das, was mir jetzt beim Wiedergucken noch mal aufgefallen, das ist gar nicht so aufwendig gemacht, das ist dunkler Wald, echter Wald, Nebel, Backlight von hinten und gute Schnitte, und sofort hast du eine spannende Szene und da ist nicht viel CGI drin in den Dinger, wenn überhaupt, zumindest. Nee, muss auch nicht, man hat so einen klassischen Vertigo-Shot von Hitchcock auch mit drin und das ist wunderbar, aber was ich dann zumindest noch sagen wollte, also einerseits kann ich allen weiterhin empfehlen, sich die Bücher noch mal durchzulesen. Habt ihr bisher nur die Filme gesehen? Lest euch die Bücher durch oder lasst euch diese vorlesen, Andy Sirkus, der Gollum-Darsteller, der hat sie vor ein paar Jahren eingesprochen während der Pandemie und macht das richtig, richtig großartig und ich bin ein richtig riesiger Fan. Ich hab seit, ich hab die Bücher zwar schon lange hier stehen, aber was ich mir oft durchgelesen hab, hab ich schon mal in den Cast gesagt, ist der Hobbit und das Silmarillion. Aber da hat der Herr der Ringe doch immer schon die drei Bücher so ein Schmöker sind, hab ich nie wieder ganz angefangen und genieße es gerade so richtig, die Parallelen zu haben und zu sehen, wie es noch ausgefeilter und noch ausgefuchster sein kann, wie zum Beispiel hier, um es im Vergleich zu sagen, auch hier wurde enorm gekürzt, wie gesagt, das sind 20 Jahre, bis Frodo wieder losgeht, Gandalf kommt zwischendurch immer mal wieder und checkt mal, wie es Frodo so geht und dann hacken die einen Plan aus, dass Frodo auch nicht von heute auf morgen aus dem Audenland verschwindet und sich nur einen Rucksack packt, sondern der Plan war, dass er Beutelsend verkauft und Beutelsend wird an die Sackheim-Beutlins verkauft, die ja hier auch in der Extended-Version ab und zu mal vorkommen als quasi die Intim-Gegner der Beutlins und er verkauft die in der Tat nach 20 Jahren Beutelsend an die Sackheim-Beutlins macht sich auf den Weg zu seinem neuen Haus irgendwo ich weiß nicht mehr in einer Ecke des Audenlandes wo er noch Verwandte hatte und Merry und Pippin die sind schon vor und haben schon einen ganzen Schwung von ihm rübergebracht und er läuft dann mit Sam in die Richtung die haben lange auf Gandalf gewartet Gandalf ist einfach nicht aufgetaucht und deshalb ziehen sie schon mal los und werden dann auf dem Weg durch die Reiter überrascht und sehen auch Elben wie hier in der Extended-Version und da schneidet der Film dann wieder stark ans Buch ran weil so diese Szene mit dem Baum und den schwarzen Reitern ist auch hier wieder dann wieder fast eins zu eins übernommen trotzdem fehlt natürlich auf der Reise ein bisschen was übrigens wo du gerade eben gesagt hast der Andy Circus spricht das Hörbuch ein auch das deutsche Hörbuch dürft ihr gerne hören denn es wird von Achim Höppner gelesen und das war die Stimme von Gandalf also von daher der steht dem in nichts nach da kann man also ganz getrost auch zur deutschen Version greifen jetzt musst du mir so reihenfolgetechnisch kurz mal auf die Sprünge helfen wir sind jetzt also dann ein bisschen auf der Flucht beziehungsweise die was heißt Flucht so eine Flucht ist es ja noch gar nicht als sie loslaufen wissen sie ja noch gar nicht davon dass sie gejagt werden genau und jetzt sind aber zwei Dinge raus aus dem Film und da sind ja ganz viele Fans durchaus erzürnt das eine ist das sehr bekannte Charakter des Tom Bombadil der fehlt und dann gibt es aber noch was viele irgendwie so ein bisschen vergessen es gibt ja noch diese Geschichte um die Barrow Vights diese Geister wo sie auch da eine Nacht verbringen genau aber bleiben wir erstmal bei Tom die Höhlengräber die Höhlengräber ganz genau bleiben wir erstmal bei Tom Bombadil mit seiner Frau wie heißt sie Honigbeere nee Goldbeere glaube ich ja irgendwie so Goldberry ich habe es ja zuletzt auf Englisch gehört deshalb weiß ich genau Goldberry also für mich war der halt im Buch im Grunde genommen immer so der Adler Ersatz und so ein halbgarer Verrückter ja das ist ein bisschen wirklich einer der ein bisschen aus der Welt gefallen ist sie haben übrigens sehr viele Versatzstücke von Tom Bombadil von der Geschichte in einem alten Wald übernommen und haben sie dann nach Fangorn mit rüber genommen was ich ganz nett fand also letztendlich als die da raus sind nehmen die einen Abstecher durch den alten Wald also sie sie fliehen in Richtung also sie gehen in Richtung der des neuen Zuhauses von Frodo sind da angelangt und nehmen dann den Weg über den alten Wald weil sie verfolgt werden von den schwarzen Reitern und in diesem alten Wald werden sie erstmal ganz schläfig angegriffen von der alten Weide und werden quasi in den Wurzeln gefangen was wir vom zweiten Teil natürlich kennen wo sie im Fanghorn sind und dann werden sie von einem einer singenden seltsamen Figur gerettet die daher hüpft und die alte Weide beruhigt und sie daraus rettet und die sich bei sich übernachten lässt mit der Tochter des Flusses und das ist so ein bisschen wie aus einem anderen Buch weil der Tom Bomber scheint eine sehr alte Persönlichkeit zu sein die schon immer da war der setzt auch einmal den Ring auf und der wird nicht unsichtbar weil der Ring keine Macht über ihn hat und der hilft ihnen dann quasi an die andere weiter weiter zu reiten bis sie bis sie dann Richtung Richtung Bre in Bre weiter starten können aber diese ganze Geschichte ist schon im Buch etwas aus der Welt gegriffen weil es eher fantastisch eher wie so ein Märchenbuch ist und deshalb kann ich es verstehen dass sie keine Möglichkeit gefunden haben diese doch sehr fantastische Figur mit in den Film reinzubauen er fällt einfach da völlig raus also ich meine ich kann das verstehen aber man muss auch sagen man würde sich halt damit auch so wieder Adler 2.0 aufbauen also praktisch noch irgendjemand der eigentlich die ganze Geschichte ganz easy peasy zu Ende bringen könnte wenn man ihn halt nur gefragt hätte ich habe mal irgendwo gelesen und erschien mir irgendwie auch so ich bin ja nur weiß Gott nicht so tief drin aber irgendjemand hatte mal geschrieben in dem Blogbeitrag den ich mal gelesen habe am Ende des Tages wenn Sauron gewonnen hätte wäre Tom Bombardiel der letzte der noch gestanden hätte genau das ist so ein bisschen die Erzählung weil die sich natürlich fragen wieso geben wir denn bei Elrons Rat in Elrons Rat wird auch von Tom Bombardiel erzählt nochmal rückblickend und da wird auch gefragt ja wieso überlassen wir ihm denn nicht den Ring der scheint keine Macht über ihn zu haben und da meint Gandalf das wäre eine ganz schlechte Idee der interessiert sich nicht für die weltlichen Geschehnisse und er würde ihn wahrscheinlich irgendwo auf dem Waldweg verlieren und selbst wenn dann wäre er wenn alles untergeht wäre er der letzte der noch da sein würde so wie er der erste war der da war es gibt ganz ganz viele Theorien wer Tom Bombardiel überhaupt ist und was für ein Wesen er ist weil das wird nie so im Detail beschrieben manche sehen in ihm sogar den Gott der Welt der in leiblicher Form auftritt was es aber wahrscheinlich nicht ist er ist wahrscheinlich nur ein sehr altes Wesen vielleicht auch einer der Maya wenn ihr letztes Mal aufgepasst habt aber wie gesagt er passt hier einfach in dem Sinne nicht rein weil er mehr wie so eine Figur aus Märchen wirkt und auch in diese durchaus ernstere Umsetzung in der Filmwelt wenig zu suchen hat was allerdings ganz gut gepasst hätte aber ich glaube man hat es einfach rausgelassen weil man nicht noch mehr Geister rein haben wollte war dann die von dir gerade erwähnte Gruft in die unsere Helden dann nämlich auch einmal stolpern was ja auch durchaus eine ja es ist eigentlich eine relativ ich will nicht sagen zentrale Szene aber diese Grabunholde auf englisch Barrow Whites Grabwichte die sind schon eine relativ ernstzunehmende Bedrohung in dieser einen Situation definitiv also vom Ablauf ist es wie gesagt die fliehen zu Frodus neuer Unterkunft davon gehen versuchen sie den Umweg durch den die Abkürzung durch den alten Weg alten Wald zu nehmen da werden sie schon von Tom Bombadil gerettet bleiben ein paar Tage da machen sich wieder auf den Weg von ihm aber durchaus angewiesen dass sie nicht bei den Höhengräbern vorbeigehen sollten weil das sehr gefährlich ist dadurch dass sie so ein bisschen trödeln und die ganze Sache nicht ernst nehmen kommen sie aber in einen bedrohlichen Nebel rein und landen dann in den bei den Gräbern wo sie sich alle wieder verlieren und nur dadurch dass Tom Bombadil ihnen eine Musik beigebracht hat wie sie ihnen zu Hilfe rufen können kommt er auch nochmal und rettet sie vor den vor den wie hast du sie im Deutschen genannt vor den Wraith Grabwichte vor den Grabwichten Grabunholde Grabunholde genau vor den Grabunholden bei den Barrow Whites genau ja und da bekommen sie übrigens auch einige ihrer guten Schwerter die sie auch weiter noch benutzen es ist auch ein bisschen auch Parallele zum Hobbit wo sie eine ähnliche Situation haben und wo sie nachdem sie die die Trolle besiegt haben Frodo ja auch seinen seinen Stich bekommt Bilbo ja auch seinen Stich bekommt den er später an Frodo weitergibt ja und dann hätte man ja wenn man halt die reinbringt und dann Tom Bombadil die sozusagen zweimal reinbringt als Retter in der Not dann ist natürlich genauso der Punkt ja ich meine das ist dann auch so ein bisschen so der ja das wird dann so weg aber die hätten ja auch später das Lied noch singen können dann hätte er ihnen ja vielleicht durch Mordor durchgeholfen oder 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 also das wird gar nicht mehr diskutiert deswegen war schon gut ihn wegzulassen doch doch die haben schon eine Diskussion also das wird nicht funktionieren weil Tom Bombadil quasi in seinem eigenen Bereich wohnt er ist nicht so dass er in ganz Mittelerde aktiv ist wie praktisch für die Handlung genau wie praktisch für die Handlung er ist schon in seinen Grenzen da unterwegs ähnlich wie Beorn es war im Hobbit auch übrigens auch eine sehr starke Parallele zu der ganzen Beorn Geschichte die wir im Hobbit bekommen haben ja und dementsprechend das ist einfach eine Figur vielleicht sollte es in 30 Jahren nochmal eine TV-Verfilmung des Ganzen geben als Serie was ich übrigens begrüßen würde in der in der Form vielleicht sehen wir dann nochmal eine fantastischere Version des Ganzen mit Tom Bombadil dabei eine Sache wenn wir eh schon dabei sind wir haben ja in der ersten Folge unserer Auftakt Reihe sind wir immer wahrscheinlich ein bisschen länger wir sind ja jetzt schon über eine Stunde dabei einfach mal länger ist doch egal und weil sie ja auch später eine Rolle spielen und wir das glaube ich heute dann auch einfach mal ein paar Charakter und ein paar Wesen auch mal erklären können ich habe vorhin gesagt sie flüchten vor den Ringgeistern wer sind denn die Ringgeister überhaupt diese Nazgul ich dachte ja immer Nazgul heißen die Reittiere auf denen die unterwegs sind ist aber gar nicht so ne die Reittiere sind ganz einfache Pferde und wenn man das Bugau wieder liest haben die Ringgeister eigentlich auch keine Form die Form wird denen erst durch die Mäntel gegeben und dadurch dass die auf ihren Reittieren unterwegs sind sonst könnte man sie eigentlich gar nicht wahrnehmen weil sie in ihrer Ringwelt in ihrer Geisterwelt aus ihrer Geisterwelt heraus handeln das sind die neun Könige die neun Ringe der Macht von Sauron geschenkt bekommen haben oder mit zugewiesen bekommen haben und dann ihm verfallen sind sie sind quasi in diese Ringgeisterwelt übergegangen dadurch dass die Ringe sie komplett verschlungen haben und zu Sklaven Saurons geworden und zu den höchsten Dienern die er hatte er hatte das auch vor mit den Elben und Zwergen aber bei denen hat es aufgrund der Rasse wie sie aufgebaut sind nicht so gut funktioniert ok dann hätten wir das also an dieser Stelle auch geklärt so also dann kommen wir jetzt nach Bré das ist so die nächste ikonografische Szene nämlich beim tänzelnden Pony das Prancing Pony da wird uns jemand eingeführt der uns ja dann im Hobbit sozusagen schon versprochen wurde als der Franduil seinem Sohn Legolas sagt such doch mal den Zwölfjährigen wir haben es ja beim letzten Mal ausgerechnet dass das irgendwie alles nicht so ganz genau hinkommt such doch mal einen jungen Waldläufer da muss mir eigentlich mal jemand erklären was ist denn eigentlich eine Waldläufer ist das so ein Robin Hood Typ ne die Waldläufer im Englischen auch eher die Rangers und die sind mehr oder weniger die Nachfahren der Numenura also die letzten der großen Menschen die im zweiten Zeitalter geherrscht haben und entsprechend ist Aragorn einer der Nachfahren von ihnen also nachdem die letzte Allianz gegen Sauron gekämpft hat in der Isildur quasi Aragons Vorfahr den Ring entwendet hat und auch durch den Ring quasi untergegangen ist ist die Riege der Könige verblasst und die Menschen haben nie wieder diesen Glanz erreicht den sie in der Zeit der Numenora bekommen haben und die Reste von den Numenorern die quasi über sind und sich zurückgezogen haben weil sie durch verschiedene Katastrophen auch immer weiter dezimiert worden sind sie haben quasi nach der ganzen Geschichte unglaublich viel Unglück gehabt und haben keinen Anspruch mehr auf diese Welt gehabt sind sie nur noch als die Rangers im letzten die Dune Dain im letzten in der letzten Ecke von Mittelerde zu finden wir hatten vorhin jetzt über die Schauspielerei gesprochen die nicht Russell Crowe ist und nicht Stuart Townsend sondern es ist dann ein relativ unbekanntes Blatt also ich kannte Viggo Mortensen vorher nicht du ne hat mir auch nichts gesagt allerdings muss man dazu sagen zu der Zeit war man auch warst du schon in diesem ganzen Casting Zeugs drin wer was wie in welcher Art gemacht hat ich meine zu der Zeit war einer der größeren vielleicht Nick Cage der überall drin war aber ansonsten bei solchen Sachen hat man sich doch selten um weniger beschriebene Blätter gekümmert ja genau eben also er war jetzt halt definitiv nicht die A-Liga der Hollywood Gesichter absolut nicht also er hatte davor mal in 28 Days mitgespielt er hatte in Acte Jane mitgespielt in Daylight also durchaus Filme die man mal so kennt aber da hat er nie eine tragende Hauptrolle gespielt sondern das war immer dritter Cowboy von links oder so außer jetzt in 28 Days aber da musst du halt dann auch schon ein bisschen in dem in dem Horror Film Ding dann stopp stopp schmarrn ist ja gar nicht 28 Days Later sorry war ja war ja ein anderer das war ja hier so eine komische Komödie ja ja genau also von daher da musst du schon ein bisschen drin gewesen sein sonst bist du da ehrlich gesagt kannst du nicht das gilt ja für den ganzen Cast also jetzt mal außer Christopher Lee und Ian McKellen aber auch Ian McKellen war jetzt nicht jemand der so durchaus außerhalb des Theaters allen bekannt war also da waren ja dann doch schon durchaus ich meine das ganz ehrlich tut dem Film auch gut ich glaube ein Russell Crowe als Aragon wäre halt Russell Crowe gewesen das ist dieses typische Stunt Casting dass man große Namen nimmt die aber am Ende vielleicht nicht gut dazu passen und der einer der bekannteren war in der Tat Ian Holmes der den Bilbo gespielt hat der war zu der Zeit recht groß aber alle anderen ja Ian McKellen hatte gerade quasi auch gleichzeitig kam X-Men raus Magneto aber viele andere kannten wir da nicht und wie gesagt ich finde es ich finde es eigentlich sogar gut weil er ja auch ein Charaktergesicht ist und wie eben schon gesagt haben damals hat man noch mehr die Charaktergesichter nicht aufgrund der Schönheit und des Modelseins gecastet sondern aufgrund der Ausstrahlung desjenigen Menschen vielleicht mehr in der Richtung und das ist einfach als man ihn auch das erste Mal sieht dieses zumindestens auf den ersten Anblick sehr zerfurchtete junge Gesicht war schon eine eigene Präsenz auf der Bühne auf jeden Fall und der strahlt auch sowas väterlich freundliches aus und ist für mich ehrlich gesagt die perfekte Besetzung für einen Gandalf also wenn dann höchstens auch Morgan Freeman ja genau bevor wir nochmal zu Aragorn gehen ich mach nochmal ein zwei Notizen die ich mir zwischendurch gemacht hab dann brauch ich sie nicht am Ende nochmal raushauen was ich schön fand auf dem Weg bis hierher oder was ich eher gesehen hab ich find die Beziehung da können wir gleich noch drauf eingehen oder vor allem im zweiten und dritten Film zwischen Sam und Frodo ist eine ziemlich andere in den Büchern wie in den Filmen hier ist es eher freundlichere Art woher pass mal auf spar dir das doch durchaus ich schneid das jetzt spar dir die Sam-Frodo-Geschichte doch vielleicht für für den zweiten Teil genau wir haben das hatte ich eben schon gesagt wir haben auf dem Weg ein kleines Treffen wo die einfach nur die Waldelben sehen in der Extended Version da gibt es im Buch ein ganzes ein ganzes Kapitel wo die die Treffen mit denen übernachten und wo die denen weiterhelfen und wo so kleine Anmerkungen über die Reiter kamen die ihnen aber nicht sagen wollten wer die Reiter waren als Buchleser wusste man es auch noch lange nicht und auch dass die wieder die Essenz des Ganzen hier bekommen haben dieses wo die vor den Bauern fliehen auf dem Feld wo die auf Meri und Pippin treffen der Bauer der lädt die eigentlich auch nochmal ein Frodo hat vor dem Angst weil er als kleines Kind früher bei ihm immer Pilze geklaut hat und Meri und Pippin sagen der ist eigentlich völlig in Ordnung mit dem können wir viel machen und dann übernachten sie bei ihm quasi oder machen kurz einen Zwischenstopp hier natürlich keine Zeit für die Szenen deshalb ist es auch schön dass die beiden vor ihm fliehen auf Pilze treffen und Karotten dabei haben was so das typische ist was von ihm früher geklaut wurde zumindest hat man das als so kleine Mini Mini-Anspielungen auf das Buch noch im Hintergrund mit reinbringen können so diese diese typischen Dinge wo wir in Star Wars und Star Trek Serien heutzutage drüber sprechen ach ist das schön dass sie das im Hintergrund mit reingenommen haben also diese Easter Egg Suche haben sie durchaus schon in der Zeit stark in dem Film zerstreut und mit reingebracht auch das schnüffelnde Naskul und ähnliches also das das mag ich auch an diesem Film dass er die Essenz des Ganzen mitbekommt ohne dass es sich billig anfühlt es ist nicht so look here Pilze guck da Karotten weißt du ja exakt da hast du da hast du vollkommen aber jetzt aber jetzt können wir jetzt können wir auch weiter wirklich zu Aragorn der als als im Englischen ist das Strider wie heißt er im Deutschen nochmal Streicher Streicher ist er in der Tat wir lernen ihn ja also auch aus Streicher kennen und er ist auch nicht unbedingt der Freund der Ganzen auch hier haben sie es stark verkürzt im Film und Frodo sagt im Buch ist er viel bitchiger im Buch ist er viel bitchiger und Frodo sagt auch hier in einer Stelle im Film ja ein ein Diener des Feindes würde freundlicher tun aber im Hintergrund grausamer sein und das ist im Buch wirklich nochmal ausgeführt wo er noch ein bisschen brauchte um überhaupt das Vertrauen der Hobbits zu bekommen wo ihm Frodo am Ende dann aber sein Vertrauen schenkt während Sam bis hin nach Bruchtal immer noch an ihm zweifelt der Aragorn der wird ja später noch ganz 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 wichtig weiß man ja noch gar nicht was man so von ihm halten soll er ist auch mit Abstand der dreckigste Charakter im ganzen Film eine ganze lange Weile und er hat auch und das ist etwas da kann ich einfach nicht weggucken ich muss es leider immer wieder sagen wir haben ja sehr sehr viele Nahaufnahmen von Personen die den Ring in den Fingern halten immer wieder mal und ja die haben halt auch alle sehr schmutzige Fingernägel sehr kurz geschnitten die Fingernägel kurz geschnitten ist noch übertrieben ich würde sagen ziemlich abgekaute Fingernägel vor allem vom Herrn Wood wenn das denn seine sind wenn es seine sind aber wenn ich ich hab den ja auch auf den Beamer dann geguckt und dann denke ich mir alter hat der die Fingernägel abgekaut das würde man heute CGI mäßig fixen ja ich fand es jetzt nicht schlimm also seine Fingernägel das hat so ein bisschen zu diesem Hobbit sein gepasst dieses dieses verkürzte dieses kleinere auch wenn es nicht unbedingt sehr natürlich ist ja passt schon in der Art es ging eher um Appetitlichkeit aber egal weil ich einfach ich glaube einfach das gehörte nicht zur Rolle gut okay also sie treffen dann eben auf Streicher wir haben die Szene mit einem von vielen Liedern im Buch und das hat man ja im Film auch krass zurückgeschraubt denn ich muss ganz ehrlich sagen ich tue mich schwer das Buch zu lesen ich kann das gerne mal so weghören okay aber ich bin ehrlich gesagt beim Buch immer wieder ausgestiegen und hab es beim dritten Versuch auch nie über das erste hinaus geschafft mit dem Lesen weil ganz ehrlich diese Singerei und ich seitenweise spule ich im Prinzip also blätter ich die Seiten um und Gott sei Dank kann man es ja gleich erkennen durch die Reiben von die Versform aber naja das ist mir alles viel zu viel das haben sie ja durchaus zurückgeschraubt ja also in diesen Filmen sicherlich und ich war früher auch nie wirklich Fan der Lieder aber ich muss sagen gerade durch die Lieder wird viel von dieser Welt noch vermittelt und viel von den Geschichten eingefädelt die er ja als Nebengeschichten geschrieben hat man muss es ja immer wieder betonen alles was wir hier in irgendwelchen Nebensätzen und in den kleinsten Wörtern mitbekommen hat Tolkien als Geschichte durcherzählt und wirklich eben darum geschrieben also es ist übrigens auch die kurze Gesinge von Aragorn das ist nicht das ist nicht in der Kinoversion das ist auch nur die kurze Version in der Extended Fassung das ist das ist Bären und Luthien das ist auch nochmal ein ganzes mehr oder weniger ein eigenes Buch was man da sich durchlesen kann rund um diese ganz tragische Geschichte des Sterblichen der sich in eine Elbe verliebt und umgekehrt was auch so ein bisschen mit der Herkunft dann von Elrond am Ende als Halbelb zu tun hat wo sich dann letztendlich seine Nachfahren immer ein bisschen entscheiden können wie Arwen ob sie jetzt die Sterblichkeit oder die Unsterblichkeit wählen hatte ich glaube ich das letzte Mal schon im letzten ja ich weiß was du im letzten Mal schon gesagt genau also der Aragorn der Streicher ist jetzt auch da ist natürlich dann unser cooler Retter unser Swashbuckler könnte man auch fast sagen Schurke Schmuggler Han Solo Typ so ein bisschen kriegt er dann später mit Gimli auch noch ein Chewie dazu gut gut das ist ja eher Legolas und Gimli ja nicht ganz sie brechen dann also auf gibt dann noch die Attacke durch die durch die Ringgeister die ist übrigens vielleicht schaffen wir es ja noch irgendwann mal diese Zeichentrickversion zu besprechen aber die Attacke der Ringgeister genau die Attacke der Ringgeister ist aus dem Zeichentrickfilm ist hier in diesem Film eins zu eins nachgestellt worden inklusive Kamera Führung und so weiter da hat der gute Peter Jackson einfach mal so eine kleine Hommage Schrei gebracht ja nicht nur da der hat an vielen Stellen teilweise genau die Einstellungen auch die Kameraeinstellungen aus dem Zeichentrickfilm genommen weil er auch ein großer Fan von diesem Film war und ich glaube auch die ganze Szene bei der Fähre die im Buch nicht so vorkommt also im Buch haben sie nicht diese dramatische Jagd dass sie auf die auf die Fähre springen müssen sondern sie sind schon auf dem Boot während die Reiter dann an der anderen Seite auftauchen das ist auch fast eins zu eins aus dem Zeichentrickfilm übernommen also sie flüchten dann eben und reiten durch die Nacht laufen durch Moore Wälder und so weiter und landen am Ende genau und die landen am Ende naja was heißt am Ende landen unterwegs auf der Wetterspitze Amon Su und genau und dort wird Frodo schwer verletzt aber vielleicht ja doch machen wir erstmal den Arc fertig bevor wir dann mal auf Gandalf und Saruman eben noch einspringen sonst springen wir zu sehr also auf der Wetterspitze werden sie angegriffen von den Nazgul und dabei wird Frodo also schwer verletzt und man muss und auch das dauert dem Buch viel länger weil es ihm da viel länger gut geht hier ist er sofort mehr oder weniger vergiftet von dieser Teufelsklinge oder wie auch immer das Ding heißt ihr werdet es draußen in die Morgul-Klinge genau in die Kommentare hacken die Morgul-Klinge ganz genau und dann kommt ein Charakter den ich ja der im Buch ja ganz anders ist als jetzt hier im Film zum einen fehlt hier wieder ein Charakter nämlich Lohr Findl stattdessen taucht aber dann Arwen auf und die wird gespielt von der unvergleichlichen und wer ist nicht zu diesem Zeitpunkt dem Liv Tyler verliebt gewesen ja Männlein wie Weiblein wollte mit Liv Tyler ins Bett gehen wollte mit kleinen Tierkeksen auf ihrem Bauch rumspielen ja oder das das war man natürlich schon hin und weg in Armageddon aber worauf du gerade anspielst mit Spitzenohren setzt sie natürlich dem ganzen dann nochmal die Krone auf im wahrsten Sinn des Wortes und da kam dann eine Sache als sie dann den Frodo übernimmt und dann diese wirklich tollen Reiterszenen durch die neuseeländische Landschaft kommen da ist dann was wo ich immer so ein bisschen drüber gestolpert bin also Elben können auch so ein bisschen zaubern oder können nur die 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 Bruchtalelben den Fluss weil sie beschwört ja dann fast wie im letzten Einhorn mäßig so eine Wasserwand aus Pferden oder so in Pferdegestalt kommt eine Wasserwand und fegt dann die Nazgul erstmal hinweg das haben wir nie so ganz verstanden woher können denn die Elben zaubern oder ist da irgendwie so eine Erklärung für ja also erstmal muss man sagen dass Peter Jackson nie viel Spaß daran hatte Magie darzustellen sagte im Audiokommentar auch selber er wollte versuchen möglichst Zauberei nicht darzustellen und zu zeigen hier ist es im Buch auch noch wieder ein wenig anders nach vielen Tagen in der Wildnis kommen die bei der Wetterspitze an sehen schon dass sie verfolgt werden und holen sich so ein bisschen Zuflucht ist auch so eine Kürzung im Buch über die ich nicht weiß ob ich glücklich bin aber die ich zumindest nachvollziehen kann die Hobbits werden schon gerade Merry und Pippin sehr naiv auch dargestellt zu dem Zeitpunkt wo sie bei der Wetterspitze ankommen sind sie alle schon sehr auf der Hut und versuchen nicht auf sich aufmerksam zu machen wie jetzt durch ein kleines Lagerfeuer das man von weit her sehen kann in der Richtung und ja dann gibt es den Kampf da die neuen tauchen auf Bilbo wird mehr oder weniger dazu gezwungen den Ring aufzusetzen kommt dadurch in die sieht den Einblick in die Geisterwelt und wird von dieser Morgul Klinge gestochen wo die im Buch eher so ein bisschen als Widerhaken Schwert beschrieben wird warum das auch abbricht auch warum noch eine Spitze in ihm drin ist haben sie hier dann sind sie auf dem Weg und haben eigentlich noch 14 Tage vor sich um nach Bruchtal zu kommen sind etliche Tage unterwegs wo es Frodo immer schlechter und schlechter geht bis sie auf den Elben treffen wen hast du Haldir war es oder Glorfindel war das genau und der schickt Bilbo die gehen dann noch ein paar Tage weiter dann werden sie von den Ringgeistern eingeholt und Bilbo Frodo ich bilbo Frodo Frodo wird auf dem Pferd alleine losgeschickt wo er sich gerade noch kaum draufhalten kann und kommt über den Fluss wo die Macht der Elben den Fluss ansteigen lässt und zumindest ein paar der Ringgeister ja wegspült während die anderen von einer annahenden Truppe der Elben in die Fluten getrieben wird und dass die Pferde in den Fluten zu sehen waren war eigentlich auch ein kleiner Trick von Gandalf so ein kleines Extra was er noch draufgesetzt hat im Buch wird es im Film wird es sehr suggeriert dass das Arwen die Macht hat das hervorzurufen die Elben haben gewisse Kräfte aber in dem Sinne zaubern wie die Zauberer können sie nicht wirklich sie sind aber quasi mit ihrer Umgebung verbunden und können sowas wie Benne rund um ihre um ihre Ortschaften und ähnliches aufbauen aber es ist eher eine indirekte Magie die sie dann nutzen hier ist es im Film noch mehr wie ein Zauberspruch der so nicht war weil der Fluss mehr oder weniger fast von selbst angeschwollen ist um als Schutz weil gegen die Ringgeister zu agieren dieser charakter der Arwen Arben Stern im englischen was heißt sie dann der evening star ich weiß gar nicht wie sie im englischen ja ich glaube irgendwie Udo Miel steht hier auch noch die wird glaube ich in den Büchern erwähnt spielt aber keine so große Rolle und vor allem ist die ganze Love Geschichte mit Aragorn überhaupt nicht drin doch ist in den Anhängen drin ist ganz stark in den Anhängen hier in den Büchern hat sie glaube ich noch nicht mal irgendein Wort in den Mund gelegt bekommen sie ist so im Hintergrund steht sie als diejenigen diejenige sehr schöne Elbe die da ist und quasi das Abbild von Luthien darstellen soll der sie auch quasi deren Nachfahren sie mehr oder weniger ist und deshalb diese Parallele zwischen der tragischen Geschichte des Menschenbären mit Luthien und dann hier Aragorn mit Arwen aber ja in den Büchern hat sie eigentlich nur kurze Erwähnungen und ihre Liebesgeschichte wird vor allen Dingen in den Anhängen des Herr der Ringe ausgebaut und das das ist für mich eine ich meine einerseits kommt es einem so ein bisschen wie so eine Hollywood Liebesgeschichte vor die dann reingebaut wurde andererseits finde ich es eigentlich ganz gut dass sie aus ihr nicht nur ein kleines Weibchen im Hintergrund gemacht haben sondern auch mehr oder weniger gar eine starke Frauenpersönlichkeit die ihre eigenen Entscheidungen fällen kann wo wir ja letztes Mal schon gesagt haben was im Hobbit durch Tauriel wieder komplett zunichte gemacht wurde ja ganz genau und vor allem ist das eigentlich so gerade so ein Charakter der so der erste in der Streichliste gewesen wäre gerade weil er nichts zu tun nichts zu sagen hat und auch die ganze Heirat rund mit Aragorn ja wie du sagst in den Anhängen stattfindet und das ja dann auch ein bisschen zu viel des Wissens ist was man voraussetzen kann beim casual Zugucker also der hat ja gar keine Ahnung und da ist es natürlich natürlich eine Rolle die aber jetzt nicht im Gegensatz und dann können wir mal den direkten Vergleich ziehen zu der Liebesgeschichte zwischen Kili und Tauriel ja also das fügt sich halt an ich meine das wird einem vorher nicht gezeigt aber man sieht die zwei das passt von der Chemie her das passt auch von der Optik her das passt von allem und dann reicht die Szene in Bruchtal um zu sagen okay die kennen sich schon und okay aber die lernen sich halt nicht erst kennen und sagen ach so hey cool du auch hier und vor allem die sind auch ein bisschen auf Augenhöhe im wahrsten Sinn des Wortes ja also auch hier wieder eine der Verbesserungen für mich im Buch wo wir gleich dann zu der fast der nächsten Verbesserung kommen weil Boromir ist für mich einer der Charaktere die wirklich stark herausstechen in diesem Film der im Buch eher so eine Nebenrolle hatte aber da wo wir jetzt in Bruchtal sind immer mal wieder wenn man drüber nachdenkt in welchen Welten würdest du denn eigentlich leben wollen von den Fantasie oder Science Fiction Dingen oder Geschichten die du kennst in was möchtest du am liebsten wohnen oder da einmal leben und für mich muss ich eigentlich nach dem Herr der Ringe und den ganzen Büchern immer mal wieder in die friedlichen Zeitalter hier zurückkehren würde ich gerne mal Bruchtal sehen würde ich gerne mal Lorien sehen in einer Zeit auf dem Höhepunkt des Ganzen weil das muss da so atemberaubend und toll sein wie die es auch im Film schon so ein bisschen versucht haben darzustellen neben einem nicht gerade als Red Shirt Job auf der Enterprise auf der auf der D von PK wäre das hier dann einer der Orte wo ich gerne mal sein würde ja ich wollte es gerade sagen neben der Enterprise D komischerweise sagt jeder die D weil die ist halt auch wohnlicher die Enterprise E ist irgendwie so die ist wieder so dunkel und Enterprise D ist einfach schön wohnlich das ist natürlich sofort klar ganz ehrlich ich glaube Bruchtal ist sterbenslangweilig ich glaube das ist grottenlangweilig nein ich glaube nicht die sitzen da die ganze Zeit und tapsen in ihre Harfen rein und alle sind immer schön und wahrscheinlich musst du ganz Tag Sport machen damit die so also da wäre ich lieber in Hobbing im Buch wird es ja noch mal ganz anders geschrieben im Buch wird es auch wie aus etwas aus der Zeit gerissener Ort beschrieben in dem naja das sind irgendwelche ewig gestrigen Reaktionäre so ungefähr aber man man kann quasi da sitzen und man kann den ganzen der ganze Zeit der ganzen Zeit den Geschichten aus den vergangenen Zeitaltern folgen wie sie sich die immer erzählen in diesem Paradies quasi natürlich muss man nicht die ganze Zeit da sein wenn du die ganze Zeit am Strand wohnst willst du auch mal wieder in der Betonstadt so ungefähr aber zumindest für eine Zeit wäre das ein Ort der für mich als zweifacher Vater doch schönen Erholsamkeit ja gut okay aus der Warte raus kann ich das natürlich verstehen ja ich habe ja auch heute ich habe auch heute beim als ich kurz in der Waschanlage war auch natürlich dein elendvoll und ganz gesehen also Menschen die halt so sind wie du die dann zwei Kinder hatten die Frau hatte das eine Kind vom Bauch geschnallt Vater hatte den den Hochdruckreiniger in der Hand das andere kleine Kind rannte die ganze Zeit um das Auto rum wollte durch den Hochdruckreiniger springen und so weiter und glaub mir in dem Moment habe ich in seinen Augen gesehen du könntest auch einfach noch Single sein jetzt mit deinen Dudes auf Malle das hat man völlig in den Augen gelesen aber okay jeder muss sich selber entscheiden dazu natürlich noch dazu natürlich noch dass sie auch noch eine blechgewordene Langeweile in Form von einem Golf Caravan hatten oder Golf Variante hatten da kam natürlich noch on top naja irgendwo muss man halt alles reinpacken also ich würde mich auch für irgendeinen x-beliebigen Minivan entscheiden wenn wir gerade die Kohle für ein ordentliches Auto über hätten da denkst du eher praktisch als deinen Spritfresser da das ist das ist mir schon klar ja da findest du Beinfreiheit und Platz einfach der überwiegt alles alles gut alles gut ich verstehe die Vorteile eines siebensitzers durchaus aber zurück zu Lück ja also du würdest gerne in Bruchtal umherwandeln kann ich gut verstehen hier haben wir jetzt ja den zentralen Hauptteil des Films eigentlich nicht ein weiteres etwas plotmäßiges Höhepunkt lassen wir mal so sagen denn da kommen ja noch viel mehr und ich bin Morian das wird also Freunde das wird hier da macht er drei Teile draus hört es morgens beim Frühstück abends beim Abendessen zum Einschlafen im nächsten aber der letzten Teil von dem Cast wir werden hier noch eine ganze Menge quatschen da wird ja dann erstmal die Gefährten Truppe zustande zusammengebracht und da lernen wir jetzt ja auch ein paar mehr kennen Boromir ist schon angesprochen jetzt kommt auch der Legolas rein und als Vertreter der Zwerge eben noch der Gimli und das eigentlich der erste eigentliche Schauspieler oder der zweite Schauspieler neben Yugo Weaving den ich ja dann schon kannte als Agent Smith aus Matrix hab ich natürlich auch John Rhys Davies schon gekannt vor allem und eigentlich fast nur in seiner Rolle als Sala als Indiana Jones Sidekick aber 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 wie ich bei meinem Rewatch das hab ich nie besprochen das ist so mein geheimes Rewatch ich habe mir nämlich das kann ich jetzt hier an der Stelle mal sagen ich hab mir nämlich die DVDs gekauft hätte ich mir nicht kaufen müssen inzwischen ist glaube ich auch bei Amazon Prime von dieser BBC Serie Robin Hood die lief früher mal im ZDF so 84 lief die im ZDF die hat drei Staffeln und die ist ganz ehrlich die ist nicht schlecht die ist wirklich nicht schlecht eins dann später das weiß ich ehrlich gesagt nicht das kann ich nicht das weiß ich nicht aber ich habe es immer im ZDF gesehen es war eine meiner Lieblingsserien überhaupt und die hat und da habe ich John Rhys Davis schon mal nämlich gesehen der nämlich der hatte eine Gastrolle der hat nämlich immer den Richard Löwenherz gespielt der kommt da so ein zweimal pro Staffel kommt dann der Richard Löwenherz vor und da war das schon ja eben das wusste ich ja damals nicht aber ich sage mal den großen kräftigen Mann mit dem Vollbart der bleibt dir natürlich so ein bisschen im Gedächtnis bleibt der und dann habe ich ihn halt bei Indiana Jones wieder gesehen und dann hat er in der einen Serie mitgespielt war das nicht Sliders wo sie durch die Zeit immer reisen kann gut sein er hat mitgespielt in einem Bond Film in Levin Daylight da hat er den russischen KGB Chef gespielt der ist also immer genau in Sliders und dann der war immer wieder so dabei nie so in der ersten Reihe und wo er mir dann absolut hängen wo ich mich richtig für gefreut habe war als ich dann sein Gesicht in Wing Commander gesehen habe und zwar in Wing Commander 3 Heart of the Tiger die 90s Kids werden sich erinnern denn das war so mit das erste nicht das erste aber mit das größere Spiel so mit Alarmstufe Rot wo man in den Zwischensequenzen noch auf echte Schauspieler gesetzt hat und gerade Wing Commander 3 hat sich da nicht lumpen lassen hat nämlich Mark Hamill Malcolm McDowell und John Ray Davis aus der Versenkung geholt und hat mit denen dann diese doch ziemlich B-moving Film dann da gedreht ich habe den letzten den könnt ihr euch auf YouTube komplett anschauen einfach mal Cutscenes Wing Commander 3 suchen da sind die alle drin geht so eine Stunde anderthalb oder das mega damals war das mega früher konnte man das sowas noch ohne Probleme machen mit Stars die vielleicht vor 5 oder 10 Jahren in irgendwelchen tollen Filmen drin war heute kriegst du das nicht mehr hin heute kriegt ja jeder x-beliebige aus Franchise XYZ seine Cameos in allen aber früher konntest dir noch die nehmen weil die dann nicht viel zu tun hatten und die Bock drauf hatten ich glaube in einem Hideo Kojima Videospiel Buch so ungefähr also ich glaube wirklich dass also ich weiß es nicht aber ich könnte mir vorstellen dass Mark Hamill seinerzeit 94 der war nicht teuer der war nicht teuer ganz ehrlich da war dann da war Star Wars war 10 Jahre vorbei da war nicht abzusehen dass irgendwas Neues kommt er hat ab und zu mal den Joker gesprochen und ansonsten hat er nichts mehr gemacht also nichts berühmtes jetzt da war die Karriere in Anführungszeichen durch und ich glaube der war einfach schlicht und ergreifend richtig günstig zu kriegen das ist wie wenn du heute Elvira Buchs oder so wobei ne da hab ich mir sagen lassen die ist ziemlich teuer da hab ich mir sagen lassen die vergoldet sich ihre Elvira das meine ich ja jeder der irgendein bisschen Sinn hat und mal in einem geilen Film aufgetaucht ist es heute nur noch B-Movie Trash Filme macht die sind nicht mehr so billig wie man sie damals bekommen hat in den 90ern die wissen alle wie die sich auf Conventions und Co vermarkten müssen und wenn ihr mehr wissen wollt was ist denn jetzt Elvira und wovon reden die dann müsstet ihr mal in die Folge 16 von Zeig mir Deins ich zeig dir meins reinhören die wir in den Corona Jahren gemacht haben 2020 da besprechen wir ausführlich Elvira Mistress auf den Tag ach Michel wir sind heute so richtig blauen lassen 90 Minuten rum wir sind immer noch gerade mal im Bruchteil und jetzt kommt ja die Szene schlechthin das Meme gewordene wann ist es One Just So Simply Wann ist das ein Meme geworden das ist eine gute Frage es ist irgendwann in den Jahren danach nachgeworden und ja auch hier also das ganze wurde ja ziemlich umgeschrieben und ziemlich gekürzt aber anders konntest du es auch nicht machen weil hier gehe ich jetzt mal wieder kurz auf das Buch ein im Buch ist es ein Exposition Dump den wir hier bekommen weil alle die da ankommen erzählen so ein bisschen von ihrer Geschichte warum sie da ankommen das ist einmal Gimli der mit Glorien auftaucht einer der 13 Zwerge aus dem Hobbit und sein Vater und die ein bisschen erzählen warum die da angekommen sind aus den aus den blauen Bergen dann erzählt Legolas was ihn dahin getrieben hat und Thranduil wurde Thranduil nicht als Name sogar jetzt auch im Film erwähnt ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher zumindest wurde er im Buch erwähnt wo Legolas herkommt die ganze Geschichte dass Boromien einen langen Traum hatte und eine lange Reise um da überhaupt hinzukommen kriegt man hier alles nicht mit und deshalb kann ich auch immer wieder nur sagen super dass man das in den Büchern nochmal erleben kann und das Wichtigste Bilbo ist eigentlich dabei mit beim Rat hier und beim Council of Elrond weil Bilbo auch nochmal seine Geschichte erzählt die erzählen die ganze Geschichte wie überhaupt das dazu gekommen ist dass der Ring da gelandet ist und alle sind erstmal skeptisch dass das überhaupt der eine Ring ist weil die wussten noch nicht mal dass es diesen Ring noch gibt oder wer das nochmal war und Bilbo bietet sich sogar vor Frodo an den Ring weiter zu tragen obwohl ihm viele sagen dass er es natürlich nicht machen kann Bilbo ist sowieso ein viel fröhlicher Charakter im Buch was das angeht hier ist er dann so ein bisschen der zusammengefallene geschundene Hobbit im Buch hat er sich an dieser Stelle in Bruchtal schon wieder ganz schön krass erholt weil er einfach den Ring für sich selbst abgegeben hat und dafür viel besser heilen konnte als es Frodo noch später durchleben kann während du diese Ausführung gemacht hast habe ich doch mal kurz eben nachgeschlagen wann es denn zum Meme wurde von Das Not Simply XXX into Mordor 2004 ging es los natürlich in einer Newsnet Group wo auch sonst damals und das war dann also One Does Not Simply Telnet into Mordor war wohl irgendwie so eine so eine Geschichte und es gibt ein auf Google Maps gibt es sogar ein Easter Egg wenn du auf Google Maps nämlich von Wisconsin irgendwo in der Shire laufen möchtest es gibt da in Wisconsin gibt es einen Ort der heißt der Shire und dann kann man praktisch einen Plot legen zu dem Strand von ich glaube von Minnesota genau jetzt muss ich gerade nochmal hier gucken welche Stadt ist das hier ist das Milwaukee ich glaube das müsste Milwaukee sein dann ist hier bei wenn du das zu Fuß machst das sind dann 31 Stunden 84 Meilen 94 Meilen und dann steht da Caution One Does Not Simply Walk into Milwaukee das ist also dann da drin und in einer deiner Lieblings Cartoon Folgen in Gravity Falls ist auch ein Easter Egg davon rein also das ist dieses One Does Not Simply ist wirklich so ein ja es zieht sich einfach durch genauso wie ja und dann kommen wir doch mal ein bisschen auf Boromir zu sprechen genauso wie es sich dann ich glaube mit dem Film final etabliert hat dass Sean Bean einfach stirbt wenn er irgendwo mitspielt ja er hat es irgendwann selber gesagt er stirbt eigentlich gar nicht so oft und es gibt andere Schauspieler die viel öfter sterben aber ihm ist es so angehangen dass er einfach in jedem Film und jeder Serie drauf geht wenn er vorkommt dann wissen alle ein paar Folgen später oder am Ende des Films ist er mindestens einmal tot ja ganz genau und ich glaube dass das kam eigentlich wahrscheinlich dann ich meine in seinen drei größten Hits ist er halt nun mal tot also ich sag mal die drei größten Hits sind Golden Eye Game of Thrones und halt eben Herr der Ringe das sind glaube ich so die drei großen in Ronin übrigens ein toller Film Ronin könnt ihr euch auch mal angucken mit Robert De Niro und Jean Reno da fliegt er halt relativ zügig raus aus dem Team ist aber nicht tot aber er fliegt sehr schnell raus aus dem Team und bei den anderen Vermächtnis der Tempelritter da ist er der Böse ja der überlebt das ich glaube der überlebt es da das ist ein Disney Film ich glaube der überlebt das Silent Hill war noch irgendwas ja also von daher ist es eigentlich so ja wahrscheinlich ein bisschen unberechtfertigt aber in seinen drei großen Hits da überlebt er schlicht und ergreifend nicht ich muss sagen bis zu Game of Thrones fand ich Sean Bean als Darsteller auch nie besonders sympathisch weil er meistens den Bösewicht gespielt hat und weil er dann auch nicht unbedingt immer die sympathischsten Seiten an sich hatte nachdem ich mich in Game of Thrones ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt habe würde ich ihn auch gerne mal treffen um ihn zu interviewen allein um seinen sehr irischen Akzent nochmal mitzubekommen oder schottischen Akzent ich weiß nicht welcher von beiden der kommt aus England um ehrlich zu sein eigentlich kommt er aus Sheffield okay das ist dann ein Sheffield Akzent ja ein Yorkshire Akzent um genau zu sein ein Yorkshire okay du kannst mir aber dann nochmal ein bisschen was erzählen über Boromö Book vs. Film ja wer ist er überhaupt der ist der Sohn vom vom Truchses ach Truchses ist ja auch so ein schönes altes Wort genau vom Truchses vom vom Stadthalter von Gondor mehr oder weniger der in einem Traum die Warnung vor Isildos Bane Isildos Schmerz ich weiß nicht mehr wie es auf Deutsch genannt wurde mitbekommen hat und sich deshalb auf die Suche nach Bruchtal gemacht hat er wusste auch nicht wo Bruchtal überhaupt ist aber er brauchte den Rat der Elben um das zu deuten was aktuell an Geschehnissen in der Welt stattgefunden hat und er hat glaube ich über 100 Tage überhaupt gebraucht um von Minas Tirith nach Bruchtal zu kommen und sich durchzufragen in Buch ist er ein recht unsympathischer aber auch unbeschriebener Charakter er kommt in vielen Nebenszenen vor er hilft viel aus er ist so ein bisschen der the muscle of the band so ungefähr der Muskelprotz der allen mal aushelfen kann aber er hat wenig Bedeutung in dem Sinne außer dass er am Ende des ersten Buchs beziehungsweise des zweiten Buchs wenn man wieder danach geht dass die Gefährten in zwei Bücher aufgeteilt wurde dass er versucht Frodo zu überzeugen mit dem Ring nach Minas Tirith zu gehen und nicht nach Mordor und das war fast alles seinen Tod bekommen wir auch nur in Nebensätzen mit und was ihm passiert ist er wird sehr stark mystifiziert am Ende der Bücher aber so viel bekommen wir von ihm gar nicht mit der Film macht das durchaus anders er gibt ihm ein paar Szenen die es so im Buch nicht gibt und schafft dadurch einerseits eine Sympathie als auch eine Antipathie mit rein zu bekommen die also eine Formung des Charakters die der im Buch in der Art nie hatte und das hängt natürlich auch stark an Sean Bean wie er ihn darstellt einerseits teilweise als auch als etwas väterliche Figur aber auch als starrsinniger Antagonist in der Gruppe der doch ein bisschen seinen eigenen Weg gehen will und gerade dieses wenn wir uns ein bisschen vorspulen und an diese Szene auf dem Charakters denken wo Frodo den Ring kurz verliert und er ihn hochhebt ist auch so eine Szene die es nicht im Buch gibt oder wo er als Mensch in Bruchtal auf Aragon trifft das ist so im Buch nie beschrieben hilft aber im Film einen ganz anderen und viel näheren Charakter zu schaffen der am Ende wirklich einen Heldentod stirbt und den man auch trotz seiner Fehlnisse als Sympathieträger übernehmen kann jetzt hast du ja mit dem Boromir ja man könnte fast sagen den kürzesten Redemption Arc ever ja das ist ja so zack und trotzdem funktioniert der ne der funktioniert halt da gibt es da gibt es Serien da funktioniert der Redemption Arc in zehn Folgen nicht und hier funktioniert er in eineinhalb Stunden also deshalb sag ich ja das hängt sehr viel an Jean Ben auch wenn er erst in der Mitte des Films dazukommt diese Sympathien selbst wie er mit den Hobbits spielt zwischendurch und anbandelt mit denen das ist im Buch in der Art und Weise nicht also er trägt die Szenen in der er ist auch als Leinwand Präsenz und deshalb haut sein Tod wirklich einem in die Magengegend am Ende des Ganzen und man merkt wie der Schmerz in ihm drin ist dass er einerseits seinen Menschen helfen will seinen Menschen Brüdern und seinem eigenen Volk aber andererseits auch an die Ehre in sich appelliert nicht das Falsche zu machen ganz genau so dann haben wir den nächsten in der Reihe nämlich Gimli Gleunsohn den Papa haben wir schon kennengelernt genau und hier sehen wir also seinen Sohn über John Rhys Davis haben wir ja gerade eben schon gesprochen als Schauspieler auch in einem Bond Film mitgespielt darin nicht als Bösewicht und dann aber ja ich will nicht sagen den Durchbruch mit den Filmen auf gar keinen Fall denn Johnson so war er auch schon dabei übrigens ist ja auch der Leonardo Da Vinci in Star Trek Voyager wenn Jane Vey ihr Holodeck Programm Da Vinci Programm abfährt da ist Erde Da Vinci naja der ewige Nebendarsteller der hier mal mehr das ist wie Robert Patrick Robert Picardo Robert Picardo ja ich weiß genau wen du meinst obwohl du den Tate 1000 genannt hast genau ganz genau wie Robert Picardo der auch so in unzähligen Dingen mitgespielt hat aber nie so erster Reihe gut als Voyager schon aber das ist dann immer so das eine Highlight Ding und davon zehrt er dann um dann halt im Stargate mitzumachen und hier und da und bla und genauso geht es mit John Rhys Davies dass er einfach fester Bestandteil in der Nerd Culture ist und eigentlich fast schon ein Wunder dass er noch in keinem Marvel Film aufgetreten ist ja das ist so ein bisschen auch das Problem des Studiosystems also man muss ja auch die Filme und die Serien haben die auf ihn zugeschnitten sind und das gibt es in der Art diese Art von Charaktergesicht der nicht der zwei Meter große Held ist die Rollen müssen muss es erstmal für ihn geben kaum sag ich dass er noch nie in einem Marvel Film aufgetreten ist straft er mich Lügen denn er ist in Aquaman also im DC ist er aufgetreten und zwar als Stimme von dem Brian King also praktisch vom König der Krabbenwesen vom Krabbenvolk du bei Aquaman bin ich leider eingeschlafen hab den nie ganz zu Hände gesehen da tust du dem Film durchaus Unrecht der ist nicht so schlecht das ist halt Indiana Jones im DC Universum egal ja also und dann haben wir Franduils Sohn nämlich Legolas wir haben ja schon in unserer letzten Besprechung vom Hobbit ausführlich über ihn gesprochen hier lernen wir ihn jetzt dann eigentlich zum ersten Mal kennen und das ist halt so der der coole Badass Kämpfer der selbst auch ein bisschen beeinflusst wurde ich sag mal von so von so Samurai Style und so weiter der aber dann auch Generationen geprägt hat von Kämpfern die nach ihm kamen unter anderem auch unser heiß geliebter Space Legolas aus Picard ja ich meine da leider wieder so ein bisschen das Problem der Hobbit Filme würde man Legolas nicht lieben durch die Herr der Ringe Filme wäre ein total unbeschriebenes Blatt und auch kein erklärter Charakter in den Hobbit Filmen gewesen also er ist einfach da als Cameo als größeres Cameo dass den Fans der ersten Filme die ja eigentlich die Sequels davon sind was sagen soll und das ist so ein Film muss für sich alleine stehen so ein Charakter muss für sich alleine stehen und das hat er in den Hobbit Filmen auch nie für sich gehabt und hier haben wir auch wieder einen Schauspieler Orlando Bloom der zwei drei Highlights hatte und danach wird schwierig und er zehrt auch noch so ein bisschen von seinem alten Ruhm nämlich er hat natürlich dann den Ruhm genutzt vom Herr der Ringe um in Fluch der Karibik dann nochmal schön mit einem Franchise einen draufzusetzen und dann hatten wir am Ende noch Königreich der Himmel und dann wird es schon geht schon einen Ticken runter was so die die Box Office Hits angeht und leider 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 hat er in einer Serie mitgespielt die nicht fortgesetzt also nicht leider hat er da mitgespielt sondern leider wird die Serie nicht fortgesetzt nämlich Carnival Row die das Forever Nerd Girl und ich sehr 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 toll fanden aber irgendwie hieß es mal die wird verlängert aber anscheinend küht da wahrscheinlich nichts mehr was sehr schade ist weil wir mochten diese Serie sehr und seitdem ist es um Orlando Bloom auch ein bisschen ruhiger geworden aber er hat natürlich mit dem Fluch der Karibik Franchise und auch jetzt hier mit Herr der Ringe ausgesorgt sowieso und dann kannst du auch machen was du willst eigentlich danach aber er ist jetzt auch keiner von diesen Schauspielern wie zum Beispiel Elijah Wood die jetzt dann so ins Arthouse Kino wechseln oder so die sagen ey ich hab meine Millionen verdient ich mach jetzt einfach mal worauf ich Bock habe der macht eigentlich eher fast gar nichts mehr so der macht alle zwei Jahre mal ein Filmchen und die letzten paar Jahre gar nichts ich glaube straf mich Lügen wenn ich was falsch erzähle was falsch erzähle aber ich meine er hat zwischendurch auch lange Jahre nichts gemacht einfach ja er hat er auch nicht ja der hatte der hat dann einfach keine Filme oder Serien gedreht in dem Fall außer dass er vielleicht ein paar Cameos hatte vielleicht hat er ich meine vielleicht hat er genug Kohle durch Fluch der Karibik und so verdient das ist einfach nicht nötig man muss ja auch nicht man muss ja auch nicht die ganze Zeit bei einer Profession nö du ganz ehrlich wenn einer dann seinen Sabbatical macht ist schon aber es gibt ja auch so so Schauspieler die daran zerbrechen wenn sie danach so einem großen Hit dann nichts mehr haben weißt du oder die halt dann nur so typegecastet werden und dann einfach nur noch Legolas spielen müssen und so weiter und das natürlich auch freiwillig machen nein also das ist ich meine er ist jetzt als UNICEF Botschafter unterwegs das sind es halt alle also von daher vielleicht um diese Elrond um das Council of Aeron kurz abzuschließen das ist übrigens eins so ein bisschen eins der ersten Easter Eggs auf DVDs und Scheiben die ich immer wieder gerne raussuche das aber unglaublich schlecht gehaltert ist ist die MTV Movie Awards Version Awards Version von dem Council of Elrond damals haben das ja auch viele parodiert und bei den MTV Movie Awards gab es halt mit einem eine Parodie mit Jack Black und Sarah Michelle Gellar wie sie sich da reingesetzt haben in diese ganze Szene und Jack Black versehentlich den Ring über sein bestes Stück zieht und nicht mehr runter bekommt und Sarah Michelle Gellar ihm das dann mit dem Mund abzieht also ganz ganz schlecht gealtert aber für mich im Gedächtnis geblieben als eines der ersten Easter Eggs was immer so ein schönes Ding damals auf den DVDs war was man gesucht hat wo kleine schöne extra Szenen versteckt worden sind und das hat man auf der DVD glaube ich nur bekommen indem man vom Start mit dem Pfeil nach oben gedrückt hat um auf einem geheimen Menüpunkt zu kommen um dieses Easter Egg zu sehen ach stimmt oh Gott das habe ich schon ewig nicht mehr probiert man ist ja solche Menüs gar nicht mehr gewohnt wenn jetzt halt alles im Grunde genommen Streams und ab und zu legt man es dann nochmal ein aber stimmt es gab früher noch solche Easter Eggs bei Star Wars Sachen war auch sowas drin tanzen der Yoda mit Stormtrooper und so ein Kram war da auch irgendwo versteckt ja ich meine da können wir wieder über das gute alte physische Medium sprechen wo sich dann auch Dinge drauf pressen lassen die vielleicht nicht den Mainstream interessiert haben aber die einfach nett waren so Audiokommentare gibt es ja heutzutage kaum noch Directors Commentary Deleted Scenes kriegt man als ein paar YouTube Clips aber wenn man sich nicht unbedingt vielleicht eine Blu-Ray Special Extended Edition holt sind die ja auch nicht mehr da drauf mit irgendwelchen schönen Making-ofs das sieht man ein Interview mit Variety oder so wo die ein bisschen was erklären und sagen I googled myself und Co aber dieses Bonusmaterial von Filmen geht in der Art und Weise mittlerweile das gehört einer Vergangenheit an die wahrscheinlich nie wiederkommen wird ich mag ja aktuelles Bonusmaterial ja sowieso nicht weil sie sowieso nur erzählen wie toll alles war du musst eigentlich immer diese Making-ofs 20 Jahre später gucken wenn die den Beef nochmal rausholen dann wird es interessant dann macht das ganze Spaß gut müssen wir noch was über die Klinge Anduil sagen möchtest du vielleicht da noch ein bisschen was erzählen denn das wird ja ein zentrales McGuffin später noch also wir haben ja in Bruchtal liegt eine Klinge rum wie heißt sie als sie noch kaputt ist genau und als sie dann geschmiedet wird ist es Anduil was hat es denn mit diesem Schwert auf sich das berechtigt dann der König von Gondor zu werden irgendwie sowas naja wenn du aufgepasst hast am Anfang im Prolog war das Isildos Schwert das den Ring vom Finger Saurons geschnitten hat und dabei zerbrochen ist und es heißt wenn das neu geschmiedet wurde weil halt die Könige der Numenora ins Vergessen geraten sind und nur noch als diese Rangers unterwegs waren wenn das neu geschmiedet wird wird der Erbe Isildos wieder aus dem Schatten treten und ein neues Zeitalter einleiten und im Buch wird es in Bruchtal in der Tat direkt neu geschmiedet also wir müssen nicht erst noch auf den zweiten Film warten dass sie es irgendwann in einem Zeltlager machen nee Aragorn auch wieder ein Unterschied zum Buch ist eigentlich schon ein stolzer Nachfahre der die Rolle annimmt so im Buch ist er so im Film ist er ja dieser Widerwillige der nicht die Nachfolge antreten will weil es ihm aufgebrummt wird im Buch nimmt er die ganz natürlich und majestätisch an und ab dem Moment wo Nachsiel neu geschmiedet wird er rennt er auch immer in den Kampf mit gezogenen Anduil und ruft Elendil und tritt an vielen Szenen in den Büchern wirklich als mächtige Persönlichkeit auf wie ein Bild der Könige von Arno dazu mal wo alle immer staunen müssen wenn sie ihn dann sehen ja ah ok alles klar ja also die Bruchstücke eignet er sich auf jeden Fall schon mal an man wird ausgestattet mit Ponys und jeder Menge nützlicher Dinge bekommt da nicht Frodo auch so das Kettenhemd von Bilbo doch das bekommt er dann da genau das bekommt er da geschenkt von Bilbo zusammen mit Stich und da braucht man eigentlich nicht mehr viel zu sagen weil das ist mehr wert als das gesamte Audenland und das war's genau und dann bricht man auf und man möchte erst über die Nebelberge stapfen aber und jetzt könnten wir vielleicht mal auf die Sauron Geschichte einräumen im Film wird dann suggeriert dass Sauron das Wetter beeinflusst und man nicht über diese Berge über diesen Pass laufen kann und jetzt hast du vorhin schon angedeutet dass Peter Saruman jetzt hast du vorhin schon angedeutet dass Peter Jackson Magie nicht darstellen wollte das hat er ja dann wahrscheinlich im Hobbit einfach über Bord geworfen wahrscheinlich weil ihm viele Leute auch so wie ich gesagt haben dass wenn zwei alte Männer Stäbe aufeinander halten und da sonst nichts passiert das einfach ziemlich scheiße aussieht und das ist so ein Punkt da frage ich mich wirklich also da warte ich wirklich drauf dass da endlich mal einer Blitze hinzufügt weil ich habe mich im Kino damals schon gefragt ey das ist total lame wenn ich zwei Zauberer sehen will will ich Zaubersprüche sehen und dann wollen die Feuerbälle schmeißen ja und hast du vollkommen recht die Szene ist auch also sie hat ein bisschen was Slapstick B-Movie mäßiges was ich in dem Fall gar nicht so verkehrt fand es ist es hat schon was unfreiwilliges unfreiwillig humoristisches wir haben ja im Hobbit nachträglich ja angedeutet gekriegt hat mit dem Saruman dem Weißen da was nicht so stimmt du hast beim letzten Mal auch ausführlich erklärt wer der weiße Zauberer eigentlich ist wie sich dieser Rat zusammensetzt und so weiter und so weiter hier bricht jetzt ja dann der Konflikt offen aus und das sind mir ehrlich gesagt mit die liebsten Szenen weil ich auch den Turm von Saruman mein Gott wie horst der denn der Turm du weißt es bestimmt in dem Moment wo du es sagst also er ist in Isengard und genau der Turm ist ja ja wurscht also Isengard ist auf jeden Fall ich finde dieses ganze Setting ist toll das ist ein sensationelles Set Design das macht richtig Spaß zu Orthang genau danke und das macht richtig Spaß zu gucken und da hätte ich mir fast noch mehr Szenen gewünscht auch wie wie Saruman seine Armee dann zusammen baut aus den und dann aus den aus den und die Orks dann da züchtet ich wollte dich eigentlich beim letzten Mal schon fragen ich hatte mal irgendwann gelesen dass Orks gefallene Elben sind ja sind sie auch also beziehungsweise nicht gefallene sondern verdorbene Elben die zumindestens geht die Legende so dass Morgos der erste Feind Mittelerdes beim Erwachen der Elben auch einige verführt hat mit ihm zu kommen und sie dementsprechend in seinen Verließen dermaßen gefoltert und entstellt hatten dass dadurch die Rasse der Orks entstanden ist und diese Urukai die sind aber dann wieder was anderes die wirft man so als Laie ja gerne mal in einen Topf aber eigentlich ist ja ganz was anderes also im Buch wird das auch nur ein bisschen nebenbei erzählt dass die vermuten dass Saruman Orks mit Südmenschen gepaart hat oder irgendwie keine Ahnung wie er das gezüchtet hat hier ist es ja so ein bisschen als 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 ob die alle aus dem Alien Ei kommen aber da muss es wohl irgendeine Art Paarung stattgefunden haben um diese widerstandsfähigere Rasse der Orks zu bekommen die mehr oder weniger wie große Orks sind und auch nicht so ein Problem haben bei Tageslicht rum zu reisen genau dieses Tageslicht ist nämlich glaube ich in den Büchern durchaus so ein Punkt der hier selten irgendwie so erwähnt wird sie sind ein bisschen lichtempfindlich aber das war es dann ja auch schon die können halt durchrennen ja also gerade auch als die aus Moria flüchten oder weiterziehen müssen bevor es zu dunkel ist wenn die Orks sich aus Moria raustrauen also man kann nicht über die Nebelbürge stapfen denn der Saruman verhindert das Ganze er hat ja vorher schon den Gandalf erstmal eingeknastelt und wenn der Gandalf seine Schmetterlinge nicht hätte die dann halt auch wieder im Hobbit so reingeschustert wurden damit wir das erinnert dich noch an die Schmetterlinge erinnert dich noch an die Schmetterlinge dann wäre er nicht von den Adlern wieder gerettet was ich noch nicht ganz verstanden habe ist was glaubt denn der Saruman was er davon hat dass er dann die Nummer zwei wird oder dass er Kalif anstelle des Kalifen wird oder will er den Ring für sich selbst das wird im Buch etwas deutlicher im Film ist es mehr so als würde er mit Sauron zusammenarbeiten wollen seine Nummer zwei oder sein Partner mehr oder weniger zu werden in den Büchern bekommt man gar nicht so viele Dialoge mit ihm mit es wird angedeutet von Gandalf dass Saruman im Geheimen quasi eine Armee aufbaut und nur so tut vor Sauron als würde er mit ihm zusammenarbeiten aber eigentlich die Macht für sich selber möchte er möchte eigene Macht eine eigene Power in Mittelerde werden und schickt auch entsprechend die Urukai los um die Hobbits für sich einzunehmen und die nach Isengard zu bringen um den Ring für sich zu haben weil er ist halt ein ein Student dieser Historie der Ringe und weiß ganz klar wenn er den Ring der Macht bekommt dann kann er auch Sauron stürzen am Ende und ist sehr gierig dahinter her also das ist im Buch mehr seine Motivation während im Film das ein bisschen anders dargestellt wird ok ich verstehe ja also zum dritten mal setze ich an dass man also nicht über die Nebelbirge kommt und man muss dann ausweichen Richtung Moria ja das ist ja was ja aber hier ist es auch wieder ein ziemlicher Unterschied zum Buch also im Film wie gesagt ich habe nochmal genau darauf geachtet dass sie erst über The Gap of Rohan über Rohan reisen wollen bis sie merken dass diese Krebein da rumfliegen und sagen ok dann müssen wir über Karadras oder Moria und im Film möchte Gandalf nicht so gern durch Moria sondern über Karadras drüber im Buch wissen sie eigentlich mehr oder weniger direkt dass sie nicht durch Rohan durch können weil das zu nah an Isengard dran ist da ist es schon deutlicher dass einfach achso da kommt übrigens auch nochmal der Radagast vor weil Radagast Gandalf davon überzeugt nach Isengard zu gehen weil Saruman von ihm will zu Hilfe und in dem Moment hat Saruman eigentlich schon Isengard ein bisschen umgewandelt und sperrt ihn dann im höchsten Turm von Orthank ein und hier ist es und Gandalf wird durch Gwahir den König der Adler gerettet aber um nochmal auf die Reise zurückzukommen hier im Buch wissen sie direkt nicht über Rohan wir können nur über Karadras gehen und und Gandalf will eigentlich eher durch Moria durch und Gandalf will eher durch Moria durch ja aber Aragorn möchte nicht durch Moria und will er schlägt dann eher Karadras vor und dafür entscheiden sie sich dann erstmal und das ist dann ein Problem wo sie dann zurückgeschlagen werden und nicht durch Saruman der das Wetter beeinflusst beziehungsweise das wird nicht so dermaßen impliziert sondern durch Karadras selber der sie aufhält also dem Berg wird mehr ein Wesen gegeben dass der Berg nicht möchte dass sie über ihn drüber steigen und dementsprechend wieder nach unten müssen um dann den Weg über Moria zu nehmen was wahrscheinlich ein Einfluss durch den Feind auch nochmal war aber ganz spezifisch Saruman wird da nicht erwähnt und Gandalf hatte eigentlich ein ganz im Buch direkt den Plan durch Moria zu gehen weil er schon mal durch Moria durchgegangen ist und da also gerade in Moria das sind so mit die beeindruckenden Szenen also auch hier wieder ein einziges Meme Festival das sich damit einher geht ich möchte gar nicht wissen wie viele Passwörter heutzutage auf der Welt immer noch Mellon sind ganz ganz sicher viele ja und diese 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 Krake finde ich immer ein bisschen blöd irgendwie die ist für mich auch so ist aber ähnlich im Buch warum ich weiß aber warum muss sie ich weiß aber warum muss sie sein sie gehen ja sowieso durch die durch das Tor also es braucht eigentlich gar keinen Druck dass sie in das Tor geschubst werden weil sie gehen ja eher im Buch haben sie mehr oder weniger Glück dass sie daran vorbeikommen ohne dass der Wächter direkt auf sie aufmerksam wird der Wächter ist nämlich einer der der dafür gesorgt hat dass sie dass die Zwerge da auch nicht mehr rausgekommen sind durch den hintereingang dass sie quasi eingekesselt worden sind und die schlüpfen das ist so ein bisschen wie eine Falle die für die gestrickt wird über Caradras können sie nicht rüber also werden sie dadurch gezwungen und der Wächter greift sie dann entsprechend von hinten an und treibt sie in Moria rein und so so ist der ganze wahrscheinlich Plan von den Bösen gewesen um die da in die Zwickmühle in die Zange zu bringen ohne dass sie es irgendwie realisiert haben im Buch im Film wird es nicht ganz klar dass es ist so ein bisschen so Zufall dass das Monster aus dem Wasser auftaucht und aufgeschreckt wird und dann den Eingang zerstört ganz genau und dann fallen zwei Sätze oder drei Sätze ich meine Moria ist ja praktisch so das Gandalf Setpiece schlechthin also da kann ja Ian McKellen und auch die Rolle des Gandalf kann ja da absolut glänzen zum einen durch einen Satz den ich immer sehr mysteriös fand wo man gar nicht weiß was da so kommt so als er dann so sagt die die Zwerge haben zu tief geschürft ja und das ist so und wussten gar nicht was sie damit und haben noch einen viel größeren Schrecken herauf beschworen weiß gar nicht was das irgendwie ist dann einen richtig richtig schönen Satz das ist auch mit die schönste Szene im Film ist eigentlich wenn dann wir haben ja noch gar nicht über Gollum gesprochen mein Gott wir sitzen hier noch fünf Stunden wenn sie natürlich in Moria sind und dann Frodo bemerkt dass sie halt verfolgt werden und Gandalf ja dann eben schon weiß wer ihnen da auf den Fersen ist und dann Frodo halt sagt ich glaube er hätte er wünscht sich er hätte den Ring nie bekommen wenn ich dann wäre das alles nie passiert und dann setzt auch dieser Score von Howard Shore so schön ein und er sitzt da wirklich so altväterlich aber so richtig mit so einer positiven Grundstimmung und auch so das ist so das könnte das ist fast schon Coaching Coaching aus dem Bilderbuch ja das ist ein Satz den ich werde ich meinen Kindern beibringen wenn so eine Situation ähnlich auftaucht ja ganz genau ganz genau das ist so eine grundpositive Einstellung es ist auch so lösungsorientiert ja also es liegt nicht an es tun alle also alle verzweifeln die in solche Zeiten erleben das kann man ja heute war es auch schon wieder sagen aber es liegt nicht an uns oder in ihrer Macht das zu entscheiden du musst nur entscheiden was du mit deiner Zeit anfangen willst die dir gegeben ist also auf gut Deutsch spring deinen Arsch hoch und mach was genau außerdem noch dabei dass dieser Satz ich bekomme ihn nicht ganz auf die Reihe es gibt manche die das die den Tod verdienen aber leben und manche die das Leben verdienen aber den Tod genau kannst du es ihnen geben dann urteile nicht so schnell über Entscheidungen anderer so ungefähr auch ganz ganz großes Zitat weißt du und wenn ich halt das vergleiche mit dem Gebrabbel dass Picard in der zweiten Staffel an seinem Pep Talk zu seiner Vorfahrin diese Worthülsen die da von sich gegeben werden dann stößt mir das jetzt im Nachhinein immer noch mal sauer auf weil das einfach das ist also hätten sie lieber einfach das genommen und als Hommage reingeschrieben eins zu eins wäre besser gewesen als diese Worthülsen die die da Patrick Stewart von sich geben muss die er wahrscheinlich sogar noch selber reingeschrieben hat na egal ich möchte irgendwen mal haben der Patrick Stewart per per Bildzauberei in die Gandalf Rolle reinsetzt so ein Deepfake von Patrick Stewart als Gandalf also wir sind in Moria Patrick Stewart und Ian McKellen auch ja die besten Freunde überhaupt das stimmt und es lohnt sich auch beiden auf Instagram zu folgen für ihre 80 oder über 80 sind die beide da sehr lustig also wir sind in Moria sehr beeindruckende Setpiece ist auch so ich finde sogar dass Moria wesentlich größer wirkt als na wo waren wir letzte Woche im Erebor ganz genau ist das auch so ist Moria die größere Stadt ja vor allem die ursprünglichere Stadt ich glaube das hatte ich in einer der Podcasts vorher schon mal gesagt es ist so die Urstädte der Zwerge das Königreich was sie sich am Anfang aufgebaut haben und wo alle auch hoffen am Ende wieder zu landen bevor die Welt neu geschaffen wird und ich denke mal also es gibt einen ganzen Schwung über Moria zu erzählen da Moria in der Ringe der Macht wohl eine Rolle spielen wird lassen wir es vielleicht dafür weil es ist einfach sehr sehr viel Hintergrundstory was mit Moria passiert und warum Moria so ist wie es ist aber ich finde es auch immer noch einer der meiner liebsten Teile des Films wo sie einfach durch Moria gehen und diese diese Zwergenstadt diese Zwergenwelt da erleben auf jeden Fall das da hast du auch weißt du wenn er dann seinen seinen Stab entzündet und das Licht einfach nichts macht also es ist einfach verpufft in diesem großen Dunkel das also wirklich großartig also das da muss ich ganz ehrlich sagen da hat sich jemand Gedanken gemacht wie etwas wirken soll also wie das auf der Leinwand welchen Effekt willst du auf der Leinwand erzielen nämlich schaut her Leute das ist riesig und die sind dort verloren und verlassen genau genau und das ist auch genau das diese wobei ich mich ja gefragt habe als ich mir die Szenen mal im Detail angesehen habe wieso so viele Skelette da mit Büchern in der Hand rumliegen ich frage mich ja immer wo die Spinnen und die Spinnweben herkommen aber okay das ist dann nochmal so ein anderes Ding ja dann kommen wir dann im Grunde genommen durch die Unachtsamkeit von von Pippin kommen wir dann zum ersten großen zur ersten großen richtig großen Battlescene und die ist sensationell gut gemacht und sie hält auch trotzdem etwas schlecht gealterten Höhlentroll immer noch gut stand definitiv auch hier natürlich etwas anders im Buch im Buch ist es so eine der Szenen wo einem richtig Gänsehaut entsteht weil man hat dieses dieses Drumming diese Trommeln im Hintergrund hat man die ganze Zeit immer weiter ohne dass man weiß wo überhaupt diese Trommeln herkommen das ist für mich diese Szene neben der Grund Szene also Grund ist diese ja dieser Wolfskopf mit dem die versuchen Minas Tirith einzunehmen wo die im Buch irgendwie immer wiederholen und Grund kommt und Grund schreitet vor ist das das hier eine der Szenen im Buch wo einem wirklich das kalt über den Rücken läuft weil man erstens weiß was kommt und zweitens man weiß dass die einfach da gefangen sind dann haben wir natürlich noch so ein paar Dinge wir lernen die sehen erstmal eigentlich eigentlich sind wir zum ersten Mal richtig Orks in Action also haben wir eigentlich davor noch gar nicht in dem Sinne gesehen dann muss man wieder fliehen auch hier wieder wenn man halt gerade den Hobbit erst nochmal geguckt hat da meine Fresse dieses einfache Nachspielen der Szene das ist halt wirklich ganz ganz schlimm das verleidet ehrlich gesagt auch fast ein bisschen wie soll ich sagen es verleidet eigentlich also wenn man die so jetzt hintereinander guckt dann ist es eigentlich schade um diese Fluchtszene weil ja man hat es halt vorher schon mal gesehen in schlecht weißt du ja ich habe mich mit einer Kollegin die Tage mal unterhalten eine jüngere Kollegin Azbine und die ist riesiger Fan der Hobbit Filme wo ich alle Hände über den Kopf geschlagen habe die findet sie so großartig und Herr der Ringe kann sie eigentlich nicht gucken weil es ein bisschen zu langweilig ist und keine Ahnung ich weiß es ist eine lange Diskussion die niemals enden wird aber ja auch hier es ist einfach Weltenunterschied was hier passiert übrigens passend zum Hobbit sagen wir nochmal wir erfahren was mit Balin passiert ist hier im Film noch so ein bisschen also im Buch ist schon jahrelang keine News mehr aus Moria gekommen und denen war klar dass irgendwas in Moria passiert ist hier ist es so ein bisschen aus dem Nichts weil Gimli geht ja rein und sagt jetzt bekommt ihr die Gastfreundlichkeit der Zwerge mit dies ist eine Mine eine Mine und so der hat ja gar keinen Plan was er ihnen da in Moria erwartet und was mit Balin passiert ist aber im Buch weiß man ein bisschen länger schon dass viele viele Jahre keine News mehr aus Moria gekommen sind und da erfährt man dann endlich was mit Balin passiert ist nämlich er hat die Rückeroberung verkackt naja nicht wirklich die haben Moria für ich glaube es waren zwei oder drei Jahre gehalten die haben erst Moria befreit von vielen Orks und dann wurden sie aber wieder eingekesselt und unterm Berg begraben so ungefähr ja aber dieser Höhlentroll ist dir was auf mir ist parallel zu der Zeit kam ja der erste Harry Potter Film raus und im ersten Harry Potter Film gibt es ja den Troll im Bad gegen den die kämpfen natürlich hat er ein paar visuelle Unterschiede aber irgendwie habe ich jedes Mal wenn ich diesen Kampf sehe gleichzeitig die Gästetoilette die Mädchentoilette Szene in Harry Potter im Kopf wo sie ja auch ähnlich vor dem Troll sich versuchen zu verstecken und der hinter dem Pfeiler herguckt und solche Sachen und das war für mich einfach immer zu nah aneinander dran als dass es irgendein Zufall sein konnte dass das genauso dieses dieses typische es kommt ein Atlantis Film raus und deshalb kommen zwei Atlantis Filme raus die noch irgendwer anders gemacht hat das war für mich echt nah da dran vielleicht ist es einfach einfach die gleiche 3D-Programmbibliothek wo einfach das gleiche 3D-Modell drin liegt da hat man es halt vielleicht war auch ich weiß nicht mehr ob bei Harry Potter auch Wetter dahinter steckte die das Ganze gemacht haben aber ja toller Kampf auch wenn die die Effekte nicht besonders gut gealtert sind immer noch besser als bei anderen macht es Spaß und ist immer noch spannend dazu zu schauen wie die eingekesselt sind und wir haben den ersten wir haben den ersten Legolas Moment hier das ist richtig ganz genau und wir lernen auch die Power dieser Mithrilhemden kennen ja also der müsste ja eigentlich komplett seine Organe müssten hätten eigentlich komplett zerquetscht gewesen sein müssen ja ja da wollen wir nicht die Physik in Mittelerde können wir uns ja unseren Professor nochmal einladen den Metin-Tolan aber ja jetzt springt Legolas nicht von Stein zu Stein in der Luft rum sondern hüpft einfach nur beim Höhlentroll auf den Arm und schießt ein paar Pfeile in den Kopf ja es war noch halbwegs nachvollziehbar die ganze Geschichte exakt ich will aber jetzt endlich mal zur Brücke von Khazad-Dum kommen ja und dem Balrog und Flied ihr Narren das zweite große Mühle aus diesem Film und was ist eine Balrog ich habe gehört das ist gar nicht so unterschiedlich von einem von der gleichen Spezies wie auch Gandalfs Wesen sind Gandalfs Art ist genau es gibt ja wie einer unserer Hörer das passend beschrieben hat es gibt halt diese Götter die großen Götter in der Geschichte von Mittelerde und es gibt die niedrigen Götter und die niedrigen Götter sind die Maya zu der Form gehört übrigens auch Sauron er war einer der Diener von Morgoth Morgoth war einer der Valar und Sauron war einer der Maya und dann gibt es auch hier verschiedene Maya und Gandalf war auch einer der Maya und ich hieß glaube ich Original sein Name war Olorin und ist dann nur in Mittelerde hat sich dann quasi umgetauft in Gandalf hat sich ja später nochmal umfirmiert in Gandalf den Weißen und die Balrogs sind auch eine der niedrigeren Götterarten eher so die Engel und sind einfach Diener die diese extreme Form angenommen haben und extrem mächtig sind eigentlich nur schwarzer Schatten sind und es gab in der Tat im ersten Zeitalter Armeen von Balrogs also da hatte man nicht nur einen der schnell besiegt werden der besiegt werden musste und der eine ganze Armee im dritten Zeitalter zerstört hätte nee die Elben und die Götter haben im ersten Zeitalter gegen Armeen von Balrogs auf einmal gekämpft aber das war doch dann ziemlich gut da musste ja ein Gott sein um gegen die kämpfen zu können weil gegen eine Armee von Balrogs das ist ja ein bisschen unerwartet und was macht er da im Keller warum lebt er da was macht er da es das ist die Vermutung also die Balrogs sind halt von der Erde mehr oder weniger auch verschwunden nach dem ersten Zeitalter die wurden vertrieben nachdem Morgos gefallen war hatten die da auch nichts mehr zu tun ich glaube zu dem spezifischen Balrog der heißt Durian's Bane gibt es auch noch eine Geschichte die müsste ich vielleicht noch mal raussuchen auch interessant dass sie einen Balrog übrigens im neuesten Trailer zu Rings of Power mit reingebracht haben was da einen Balrog zu tun hat ist die große Frage ob es der gleiche Balrog ist der dann in Moria auftaucht und die Zwerge vertreibt vielleicht erfahren wir da mehr zumindest ist das hier einer der tiefen Gefahren die die Zwerge erweckt haben indem sie immer tiefer gegraben haben und wahrscheinlich haben sich diese alten Wesen in den niederen Tunneln der Erde irgendwo in der Erdkruste versteckt und haben auf ihre Zeit gewartet und die Zwerge sind dann versehentlich auf einen von denen gestoßen auf jeden Fall ist das auf so viele Weise ikonisch das Design erinnert mich immer stark an das Cover von Diablo ich würde auch sagen das ist ganz stark davon inspiriert von Diablo da natürlich auch hier diese Brücke diese dünne Steg im Imperium Stil ohne Geländer und dann natürlich auch diese Feuerpeitsche und so also diese ganze Szene ist einfach Knaller und auch hier wieder nach zwei Stunden im Film anderthalb Stunden je nachdem welche Version ich gucke und ich gehe davon aus dass man das zum ersten Mal gesehen hat man kennt den Gandalf nicht durch diese starke emotionale Szene 20 Minuten vorher über die wir gerade gesprochen haben geht dir natürlich der Tod dann und da weißt du ja noch nicht dass er dass er noch lebt übrigens hier wenn ihr das hört wir gehen jetzt immer davon aus dass wir Dinge die im nächsten Teil im Film passieren 20 Jahre alte Filme genau und Spoiler Meyers an der Stelle zweieinhalb Stunden in diesem Podcast genau nach zweieinhalb Stunden kommt die Spoiler Warnung und dass das also das ist auch es ist nicht ganz Spocks Tod aus Wrath of Khan aber fast dran es catcht einen durchaus immer wieder auch wenn man weiß dass ja noch was kommt es ist ein wichtiger Tod und ich habe gerade mal während du geredet hast mal ganz schnell nachgeschlagen also dieser Bayrock wird während des Ringkrieges nochmal wichtig sein weil es in der Tat einer der der Bayrocks ist der sich nach der nach dem Krieg des Thorns den ich letztes Mal versehentlich als Krieg der Tränen bezeichnet habe was ein ganz anderer Krieg war shame on you shame on you wie kannst du nur ich erfolge euch kein Abo mehr die Schlacht des Thorns in der der Morkos getötet oder nicht getötet sondern vertrieben aus den aus den Weiten dieser Welt vertrieben worden ist danach hat dieser spezifische Bayrock wohl den Schlaftief in der Erde gesucht und während des Kriegs um den Ring haben die Zwerge wohl ihn in Khazad-Dum versehentlich erweckt und sind dadurch aus Khazad-Dum vertrieben worden aus Moria und er wurde aber nicht besiegt bis Gandalf kam in Fellowship of the Ring okay hat er auch eine ganz gute Arbeit Vorsicht da werden wir in der nächsten Folge drüber sprechen die finde ich leider gar nicht so dolle Gandalf also ganz bedeutsamer Tod und ich sage jetzt wirklich Tod weil es am Ende eigentlich ein richtiger Tod ist der ihn ereilt hat weil er in seiner Maya Form ist der wohl nachdem er gefallen ist im Kampf um den Bayrock ihn an der Seite des Berges zerschmettert hat ist er ja in einer neuen Form wiedergekommen also es ist definitiv nicht Gandalf der Graue den wir wiedersehen sondern Gandalf der Weiße und das ist eine mehr oder weniger andere Persönlichkeit also diesen diesen etwas groben und lustigen und weisen alten Mann den wir jetzt hier kennengelernt haben der geht dahin dadurch dass er in der Brücke von Khazad-Dum fällt und in der Schlacht mit dem Bayrock also diese Persönlichkeit werden wir in der Tat nicht wiedersehen und es ist ein Verlust den wir auch spüren und den die Gefolgschaft des Rings auch spürt und der auch wichtig ist um später zum Bruch der Gemeinschaft zu führen und dadurch dass wirklich jeder seinen eigenen Weg geht also bisher hatten sie immer Gandalf als Backup der war einer der mächtigsten ist einer der mächtigsten Wesen in Mittelerde und das ist so ein bisschen die aus dem Gefängniskarte der Deus Ex Gandalf dieses Universums und das ist schon wichtig dass er hier drauf geht und die Gemeinschaft des Rings auf sich selbst gestellt ist und dementsprechend auch Aragorn dazu zwingt eine Führungsposition einzunehmen ja es ist wie gesagt es geht einem nach und auch hier wieder der Score der hat völlig zu rechten den Oscar als beste Filmmusik gewonnen passt einfach richtig gut und dann kommt also dieser betröppelte Haufen der schleicht sich dann also aus dem aus Moria raus und ja muss dann im Grunde genommen den Rückzug antreten und dann erreichen sie und jetzt biegen wir so langsam zweieinhalb Stunden auf die Zielgerade ein und sie erreichen dann das Elbenreich Lorien mit der Elbenfürstin Galadriel so die haben wir ja schon ganz ganz viel gehört aber jetzt muss ich doch nochmal irgendwie in Frage stellen das ist doch eigentlich nur eine Elbin in disguise oder Galadriel ist eine Elbin ja ist immer schon Elbin gewesen ja okay ist immer schon Elbin gewesen okay ich dachte die hat vielleicht die tut nur so als wäre sie eine weil sie dann später so mächtig war nein nein sie ist eine der Elben die recht früh da waren wie ich das letzte Mal schon erklärt habe und die im dritten Zeitalter eine der wichtigsten Gegner überhaupt gegen Sauron war und immer noch ist und sie lebt in Lorien mit Celeborn den sie sich ja er ist mehr oder weniger ihr Partner ob wie inwiefern die vielleicht ihr seelenverwandter in der Richtung eigentlich hat sie die Macht da alles alles zu machen aber Celeborn ist so ein bisschen der der Mann der im Vordergrund herrscht aber sie ist die eigentliche die alles alles durchhält und alles gut macht so in der Richtung die tröstet erst mal unsere Truppe und sie bringt sie dann noch durch später mit jeder Menge Support auch dann nochmal wieder auf die Beine aber zwischendrin gibt es ja eine ganz entscheidende Szene wo sie dann nämlich Frodo so ein bisschen die Zukunft zeigt und ihm aufzeigt als er den Ring anbieten will und sie dann eben sagt das könnte ich jetzt machen aber es wäre keine gute Idee hier sehen wir ein Versatzstück aus den Büchern gerade in der ganzen Spiegel Geschichte dass wir in den Filmen nie zu sehen bekommen werden eigentlich auch ein recht wichtiger Teil der Geschichte aber dann hätte man noch einen Film dran machen bauen müssen und zwar die Befreiung des Auenlandes im Film kommen sie zurück ins Auenland und ist alles gut bis sie dann zu den grauen Anfurten weiterfahren und dann ist der Film nach 10 Abspenden wirklich zu Ende aber hier ist es so in den Büchern dass sie nach all diesen Gefahren und nach dem Sieg über Sauron zurückkommen ins Auenland und das wie in der Vision eingenommen wurde und zwar von Saruman der geflohen ist Saruman und Grima haben zusammen sich als Herrscher über die Hobbits auserkoren die alle versklavt und das ist nochmal der Beweis für die Gemeinschaft der Hobbits die zurückkommen wie viel sie eigentlich auf dieser Reise gelernt haben dass sie kein Problem haben zusammen eine Armee von Hobbits aufzustellen um Saruman aus dem Auenland zu vertreiben und das wieder zu befreien aber das Auenland ist eigentlich für immer auch für immer beschädigt es bekommt für immer Narben genauso wie die Gemeinschaft des Rings und Frodo der hier durchreist und diesen zumindest als kleines Easter X sieht man das als potenzielle Zukunft für Frodo im Spiegel auch das wieder relativ simpel gemacht die Wandlung von Galadriel die hätte ja dann zwei Ringe ne da wäre die ja wahrscheinlich richtig den Ring der Macht bloß ein Jackpot aber auch das im Grunde genommen einfach nur das Bild als negativ und that's it beleuchtet verbunden großartiger Effekt wenn ich einen Kritikpunkt an dieser ganzen Herr der Ringe Reihe hätte dann ist es der Hang von Peter Jackson filmisch doch etwas in kitschige Gefilde abzugleiten sei es die die ultra kitschigen überblenden als als Frodo geheilt wird und in Bruchtal ankommt oder genau die Szene hier mit Galadriel wie sie im invertierten Bildschirmmodus dasteht ja ich gebe da gebe ich dir recht es passt nicht so recht aber ich war einfach das ist einfach ganz einfacher Effekt weißt du invertierst einfach das Bild und fertig und du hast sofort so eine Veränderung drin also ich sag mal so das ist eine Szene die hat mich beim ersten Mal gucken etwas verstört zurückgelassen weil man so hä was macht wer ist das und warum kann die das weil mir wurden ja die Elben vorher irgendwie als relativ normale Dudes eingeführt und plötzlich kann die da ganz andere Sachen das hat mich doch eher verwirrt jetzt wo ich ein bisschen mehr über die ganzen Hintergründe weiß ja okay wobei mir das immer noch so es ist halt eine dieser vielen Stellen wo man sich so denkt ja mein Gott mach es halt und mach den blöden Ringer kaputt mach es jetzt halt ja machst du doch anstatt den armen Zwerg das machen zu lassen den armen Hobbit ja mach du das doch kannst du es viel besser machen aber gut okay ja ich meine auch hier den dass Galadriel einen der Ringe hat und dass vor allem den Gandalf ja auch einen der Elbenringe hat das verbergen die wir versaurern und sie möchten sich einfach nicht offenbaren vor ihm weil das noch gefährlicher sein könnte Lorien ist vor allem auch hatte ich schon gesagt ein so ein so ein Abschnitt der eigentlich ein vergangenes Zeitalter zeigt und in dem Moment wo der Ring zerstört wird vergeht auch komplett dieses Zeitalter und das das Ende der Elben in Mittelerde ist dadurch nur noch besiegelt und ja Galadriel ist einfach man muss Galadriel im Kontext des gesamten Silmarions der gesamten Geschichte Mittelerdes sehen weil sie da einfach eine der wichtigsten und mächtigsten Figuren ist und auch im Herr der Ringe in den Büchern leitet sie von hinten noch so ein bisschen die Geschehnisse indem sie ein paar Botschaften den den Gefährten überbringen lässt auch später noch im Film kann sie einem natürlich ziemlich vorkommen wie ein Wesen das man nicht ganz begreift und wo man nicht weiß was soll die denn jetzt machen exakt man begreift es nicht so ganz wenn man die Hintergrundgeschichte nicht kennt andererseits ist es natürlich spielt es in diesen Mythos der Elben mit rein wie man sie in diesen Filmen sieht also als als mehr oder weniger Wesen außerhalb dieser Welt die in ihren eigenen Universum leben und die scheinbar eine Weisheit beinhalten die keiner sonst hat Legolas ist ein vergleichsweise junger Elb aber auch hier wie die dargestellt werden die sind ja mystische Wesen in den Filmen und vielleicht trägt genau diese Darstellung von Galadriel in den Filmen noch dazu noch mehr dazu bei dass Elben wirklich wie Elfen wirken ich meine es wird in Deutsch auf Elben übersetzt aber in Englisch ist es ja wie Elves also mit F in dem Fall hat mich früher auch völlig verwirrt Elben Elfen hab ich immer gedacht das war ein Tippfehler und die ziehen den jetzt konsequent durch sie hat ja noch ein paar Überraschungen im Petto denn unsere Gefährten müssen ja weiterziehen und sie schickt sie also flussabwärts den Anduin aber nicht ohne ihnen noch ein paar Geschenke mitzugeben die auf den ersten Blick ein bisschen ja nutzlos erscheinen und dann denkst du okay was soll ich jetzt damit aber die natürlich dann im zweiten und dritten Teil noch eine Bewandlung haben was kriegen die denn alles also der Frodo bekommt eine Fiole mit dem Licht von Eandils Stern muss ich mir extra aufschreiben ja dann bekommt der Sam bekommt ein Seil richtig ja alle er betont immer wieder wie wichtig Seile sind um sie immer dabei zu haben alle bekommen glaube ich Umhänge mit so einer rudimentären Tarnfunktion und jede Menge Lembers Brot kriegen Mary und Pipin auch was ich glaube nicht in dem Fall Lembers mehr oder weniger genau Lembers Eandils Stern ist im Gesamtkontext nochmal wichtig und wenn wir wirklich in den Ringen der Macht irgendwas von Fianor und den Silmaril mitbekommen die wortgebend für das Silmarilion sind Quenta Silmarilia oder wie das Ganze auf Elbisch dann heißt das ist schon enorm wichtig also ich hatte glaube ich in einem Podcast vorher schon mal gesagt die Elben haben zu irgendeiner Zeit einer der größten Elben hat die drei Silmaril geschaffen die als letzte Edelsteine noch das Licht der zwei Bäume in sich vereinen und der letzte Silmaril wurde am Ende auf ein Schiff in die Sphären der Sterne geschickt und leuchtet da als Stern und zwar Earendil Stern und das Licht von Earendil Stern ist im Prinzip ein Licht der Silmaril was in dieser Fiole aufbewahrt wurde und die Silmaril sind halt die die McGuffins in dieser in der Geschichte von Mittelerde überhaupt die viel von dem starten was am Ende bei raus kommt ich glaube schon wenn diese Serie rum ist da raucht mir der Kopf ja ich hoffe ja ich hoffe ja sie nehmen sich Zeit weil wenn du dir jetzt im Rückblick mal Game of Thrones anschaust wie viel wir dadurch gelernt haben wie viel wir wieder schon verlernt haben von dem was wir in diesen acht Staffeln da gehört haben es muss einfach es Wissen kommt nach und nach macht du wusstest ja auch noch nicht wenn als du eins und eins angefangen hast wusstest du ja auch noch nicht was die Wurzel von x y ist so ungefähr das weiß das weiß ich heute auch noch nicht aber jetzt lasst uns doch an den anduin mal kurz ein bisschen runterfahren dann während man den anduin runterfeiert dann sind wir natürlich auch ein bild in gedächtnis geblieben das wurde jetzt auch im trailer zur serie so ähnlich angedeutet nämlich diese zwei riesigen steinstatuen die argonat was hat es denn mit denen auf sich die sind ja mal mega beeindruckend ja das sind im prinzip bildnisse von königen von gondor die in den stein gehauen worden sind und die so ein bisschen als ja warnung gegenüber den anderen aufgebaut worden sind dass jetzt das reich von gondor betreten wird so ungefähr das ist wie so ein eingangs wie so ein empfangstor und das zeigt einfach noch welche macht die könige von alt also die numenora einfach in dieser welt hatten dass die solche städten wie den amonsul aufgebaut haben dass die von den numenorern kommt übrigens auch orthank der in isengard steht die haben den auch diesen unzerstörbaren turm aufgebaut und die haben halt viele bildnisse in dieser welt hinterlassen die wirklich wie wie werke von göttern wirken aber einfach nur weil sie so mächtige könige und so ein mächtiges volk waren die machen es halt ist eher so kleiner machen sie es nicht du klein ist nicht so die müssen immer groß und monumental sein viele säulen dran viele ausgestreckte hände ist auch teil der ist auch teil der gesamten numenor geschichte die wir dann in der serie mitbekommen haben dass irgendwann einfach dieser größenwahn dieses volk niedergerafft hat nur durch den größenwahn gab es am ende den fall der menschen von numenor ja und dann landet man irgendwann an weil man zu Fuß weiter will und dann wird man dann von den urukai überfallen nicht die orks wie jetzt in moria vor also jetzt sind es die urukai der weißen hand von isengard und ich glaube der anführer hat sogar ein genau lörz genau lörz wird seine Rolle genannt ja kriegt man ein bisschen mehr was in den zwei türmen von mit wie die orks die urukai und die orks also ich glaube ich bin mir gerade noch nicht mal sicher urukai wird als begriff glaube ich so gar nicht groß im buch benutzt es ist eher die orks of isengard und die orks of the hand und die orks of the shadow so in der richtung also es sind halt verfeindete ork gruppen und die einen sind ein bisschen wie mächtigere und größere orks aber ich bin dieser begriff urukai muss mehr aus den anhängen und nebengeschichten entstanden sein als wirklich in den büchern aber ich bin erst ein drittel vom zweiten buch durch vielleicht kommt es mir dann bei dem nächsten film wenn wir mit dem besprechen wieder mehr davon ja und dann gibt es noch mal eine sie werden also eingeholt von den urukai und dann passieren viele dinge auf einmal zum einen entbrennt dieser kampf merrin und pippin werden entführt was im buch hier an der stelle noch gar nicht stattfindet sondern erst das hatte ich vorhin erwähnt auf den ersten zwei seiten von the two towers eigentlich stattfindet und boromir versucht aber vorher noch sich des rings zu bemächtigen und hat dann das hatte ich ja gerade eben gesagt den kürzesten redemption ever und dieser tod von boromir der hat es auch echt in sich weil das ist so ein richtiger also man hat ja schon viele opfertode in dem film gesehen aber das ist einer der der einem immer noch auch so am nahesten geht weil ich finde vom sound design vom filmen her diese pfeile wenn die den treffen du spürst sie richtig genau und da ich weiß nicht wieso ich hab mir zu der zeit 2002 weil es einfach ein halbes jahr gedauert hat bis man überhaupt die möglichkeit hatte oder neun monate gedauert hat bis dvd nach dem kino raus kam und man nicht wie heute zwei monate nach kinobesuch schon streamen kann habe ich mir einer der wenigen screener abgefilmten versionen in meinem leben runtergeladen weil es einfach nicht anders gab und dann hatte ich den herr der ringe glaube ich bei meinen eltern auf dem laptop im esszimmer nochmal auf der art und weise angeschaut beziehungsweise reingeschaut ganz konnte ich mir nicht anschauen weil es einfach grausame abgefilmte version war und diese szenen die letzten szenen habe ich implizit explizit im kopf dass ich die in dieser auf abgefilmten version gesehen habe sodass mir heute immer noch die abgefilmte version im kopf spielt auch wenn ich die blu-ray oder uhd davon sehe ja also das ist wirklich das hat es hat einfach gewicht du spürst die pfeile richtig das muss man ganz ehrlich sagen auch jetzt immer noch und dann geht einem weil er sich gerade ja hat sich ja gerade und dann im Tode ringt er sich noch durch es ist ein also klassischer kann der Heldentod gar nicht sein und für diese ganze Trilogie braucht man einfach den größten Fernseher und die fetteste Soundanlage allein also zwei Szenen in diesem Film oder drei Szenen einmal beim Council of Elrond oder am Anfang wo der Ring auf den Boden fällt und auch diese Wumpen macht und liegen bleibt ähm was die übrigens mit Magneten gemacht haben der Ring war magnetisch und die haben den Boden magnetisch gemacht damit der nicht abprallt dieses Wump Erlebnis dann mit hat genauso wie der Schlacht am Anfang der Ballrock wie er sich auftürmt und einfach dieses Feuer versprüht und die Pfeile die in Boromir landen das auf einer fetten Soundanlage mit einem fetten Bass das geht einem durch Mark und Bein ja und dann muss ich unsere Truppe also aufteilen Frodo beziehungsweise Frodo stiehlt sich eigentlich davon so ist es ja eigentlich korrekt sie müssen sich gar nicht aufteilen sondern Frodo denkt eigentlich für sich nee diese diese Bürde die trage ich allein ich mache das jetzt hier allein aber sein treuer Diener Sam folgt ihm natürlich können wir ganz kurz mal noch bevor wir dann zum Abschluss kommen zur Bewertung des Films mal ganz kurz über die Synchro sprechen und zwar wenn jetzt Sam mit Frodo spricht ich gucke den Film ja eigentlich immer auf Deutsch den habe ich in Deutsch im Kopf da ist es Herr Frodo was ist denn da guckst du den auf Englisch guckst du den auch auf Deutsch und wie ist es denn eigentlich dann im Englischen gelöst weil ich weiß ja dass es auch diese unsägliche Übersetzung mit Chef gibt es gibt zwei drei Übersetzungen vom Herr der Ringe im Deutschen beziehungsweise das hatten wir ja schon besprochen genau und welche wird denn jetzt in der deutschen Synchro Margot Kriege oder Frege Kriege Wolfgang Kriege die die Version von ihm wurde übrigens 2012 oder so nochmal überarbeitet da auch dass auch das Chef raus ist und sowas und für Neulinge die es lesen wird sogar empfohlen diese überarbeitete Version sich durch durchzulesen Master Frodo ist es im Englischen ich habe es mir auf Englisch angesehen es ist zwar einer der Filme die ich mir ohne Probleme auf Deutsch immer noch ansehen kann weil ich sie einfach damals auch auf Deutsch kennengelernt habe und noch nicht so viel auf Englisch gesehen habe ich habe mir trotzdem auf Englisch angesehen weil ich ja auch die Bücher gerade auf Englisch durchhöre und für mich das eher gerade der Default Modus ist und ja die Synchro ist ganz ganz toll auch an den Original Stimmen dran aber Ian McKellen bin ich mittlerweile doch als Ian McKellans Stimme im Englischen gewohnt okay wobei wie gesagt Achim Höppner das passt für mich schon ja das auf jeden Fall also Ian McKellen hat noch ein bisschen mehr tieferes sonoreres mit drin aber Achim Höppner der auch ganz großartig ja also der erkennt lieber abhauen aber Sam gibt es mal diese dramatische Rettungsaktion dass er ja nicht schwimmen kann und dann die ist fast eins zu eins aus dem Buch also richtig genau und dann das ganze der ganze Rest ist ähnlich wie im Buch im Buch ist es noch ein bisschen anders im Buch müssen sie sich noch entscheiden welchen Weg sie gehen möchten und dann soll der Ringträger das entscheiden und Frodo braucht dann hat gesagt gib mir eine Stunde und ich entscheide mich dann geht er von der Gruppe weg alle diskutieren merken dass plötzlich Boromir weg ist Boromir taucht bei Frodo auf und greift ihn mehr oder weniger an Frodo rennt in Panik weg bekommt auch diese Zwischensequenz als er den Ring auf hat und ihn eigentlich sogar Gandalf in der Zwischenszene im Buch warnt den Ring noch abzusetzen bevor ihn das Auge von Sauran erfassen kann also hier wird schon angeteasert dass Gandalf doch irgendwie in einer anderen Form nochmal wiederkommt und dann entscheidet sich Frodo nee ich muss abhauen ich darf auch keinem irgendwas davon sagen er trifft auch nicht mehr auf Aragorn wie im Film sondern setzt den Ring teilweise noch wieder auf und geht zum Boot fährt damit weg und alle suchen nach einer Weile als Boromir wieder auftaucht suchen Frodo nur Sam ist der Einzige der wirklich nachdenkt was würde mein Herr mein Master denn überhaupt machen und weiß dass er zum Boot gehen würde und geht hinter dem Boot her sieht wie ein führerloses Boot scheinbar von alleine sich bewegt geht ins Wasser und wird dann gerade noch von Frodo gerettet bevor er da ertrinken kann ja und dann ist der Film aus ich finde es übrigens gut dass sie in dem Film auch das wieder eine Verbesserung nicht nur Boromir und andere Sachen ich finde es eigentlich ganz gut dass sie diese kleine Szene zwischen Aragorn und Frodo noch haben wo er sagt ich wäre dir bis ans Ende der Welt gefolgt bis bis in die Düsternis von Mordor fand ich eine schöne Ergänzung die das Ganze nochmal rund macht und wirklich diese Trennung zeigt dass jeder seinen eigenen Weg gehen muss ja eingangs haben wir es gesagt 95% Audience Score 91% Kritik Score wir sind ja sowohl Kritik als auch Audience machen wir drei noch in sich draus oder was sagst du ähm ich muss ich muss die anderen zwei nochmal gucken weil früher war Fellowship die Gefährten eigentlich meiner der liebste von den dreien dann war es irgendwann Return of the King aber die zwei Türme gerade die Schlacht Helms Klam ist wahrscheinlich also aus dem Gefühl würde ich ihm jetzt eine 88 so ungefähr geben es ist ein richtig guter Film er macht Spaß er hat aber auch durchaus selbst in der Extended ich würde die nur in der Extended gucken man muss durch ihn durchkommen wie oft man ihn geschaut hat er hat ein paar Längen mit drin die er benötigt um die Geschichte zu erzählen aber es ist kein Film den ich mir mehr den ich mir aktuell noch in einer Sitzung durchsehen kann weil er diese Längen drin hat deshalb würde ich sagen 88 86 bis 88 irgendwie so wäre meine Bewertung okay ja ich sehe was was du gesagt hast er hat er braucht halt das Worldbuilding ja dann kann natürlich auch fast 20 Minuten Prolog und so weiter abziehen bleibt am Ende ist dann der Film ein bisschen straffer plus 20 Minuten Credits wo der Fanclub aufgelistet genau es ist aber jetzt schon so dass ich also die Extended Version auch definitiv bevorzuge weil sie auch zum Beispiel bei Galadriel die die Geschenke besser erklärt die dann später zum Einsatz kommen es vertieft einfach vieles an allen Stellen dass man verständlicher ist aber es ist nur Nuancen es ist ein bisschen mehr Fleisch am Knochen im Gegensatz zum Hobbit wo die Extended Version die Filme ja retten also wir haben ja beide festgestellt dass die Schlacht der Fünf Fähre als Extended Version zumindest keine völlige Gurke ist weil einfach Dinge zu Ende geführt werden hier werden keine Dinge zusätzlich zu Ende geführt es wird einfach nur ein bisschen ausgefüllt mehr mit Leben rein und gewinnt deswegen dann durchaus was dem Film absolut gut tut aber ich verstehe natürlich dass es dann dem einen oder anderen zu lang ist jetzt ist es aber so dass man ja in dieser Welt eigentlich also in dieser Version in dieser Macherart ja sehr lange bleiben möchte und deswegen habe ich ja nach diesem Film also wäre danach sofort der zweite Teil am gleichen Abend noch im Kino gewählt ich bin einfach sitzen geblieben definitiv ich weiß auch von Menschen die sind einfach sitzen geblieben haben sich rausgegangen haben eine Karte gekauft und sind einfach wieder reingegangen wie oft hast du den im Kino gesehen ich weiß es nicht mehr ich weiß dass ich bei im Titanic ziemlich oft drin war damals wie alle die Titanic gesehen haben ja gut du warst schon ein bisschen älter das war nicht mehr ganz deine Zielgruppe aber in dem zwei dreimal war ich sicherlich drin ich weiß es nicht mehr ganz genau aber ich war zweimal auf jeden Fall aber jetzt nicht ich bin nicht sitzen geblieben aber das weiß dass das vorkam 178 Minuten ist der Theatrical Cut also Kinoversion 208 Minuten die Extended wenn man die zusätzlichen Credits noch mit und sich 20 Minuten lang Namen von Fanclub Mitgliedern die als Bonus mit reingenommen worden sind anschaut 228 Minuten damals hatte man nämlich noch die Chance mit Ankündigung wer bis zum Zeitpunkt X in den offiziellen Fanclub eintritt der kommt in den Abspann des Films mit rein und wer würde das heutzutage nochmal machen heute machst das halt auf Patreon heute ist es Patreon und die YouTube Abbinder so ungefähr aber wer würde das machen in der Extended Version von dem Film 20 Minuten lang zigtausende Mitglieder des Fanclubs abzuspulen was ist meine Wertung du hast gesagt knapp unter 90 ich bin ein bisschen gnädiger als Auftakt Film als World Building als Film der Lust auf mehr macht der einen Ton setzt der natürlich Dinge etablieren muss ja bin ich gnädig und ich gebe dem mal wirklich eine 91 also ich bin da ganz oben mit dabei ich merke es einfach dahingehend dass ich einfach jedes Mal wenn ich ihn gucke immer wieder Spaß habe also ich habe ihn jetzt zwar bewusst ich hätte ihn jetzt hätten wir den Podcast nicht gemacht nicht geguckt weil ich ihn erst vor anderthalb Jahren haben wir erst alle am Stück mal durch geguckt also der wäre jetzt vielleicht bei mir erst wieder so in 2-3 Jahren fällig gewesen deswegen habe ich ihn jetzt dann früher reingelegt und auch nicht komplett geguckt sondern nur so ein bisschen geskippt um mich einfach an den einen oder anderen Geschichte wieder zu erinnern aber es ist schlicht und ergreifend was was regelmäßig geguckt wird aber es ist auch was wo ich im Fernsehen weiter zappe weil das da zappe ich nicht rein und bleib hängen also wenn der an weihnachten auf rtl läuft da gucke ich höchstens bis zur nächsten werbeeinblendung aber dann bin ich wieder raus boah werbeeinblendung echt ich kann ich kann mir analoges fernsehen privates fernsehen und so kann ich mir echt nicht mehr anschauen du sitzt 20 minuten da und kriegst 10 minuten werbung wer will das wer macht das heutzutage noch das ist doch völlig gegen die das ist ein anderes thema für einen anderen cast wenn euch das heute gefallen hat dann däumelein nach oben da ich will jetzt einfach raus wir haben jetzt fast drei stunden ich muss das ja auch noch schneien wenn euch das heute gefallen hat dann däumelein nach oben lasst uns ein ab und da erzählt vor allem euren freunden bekannten verwandten muttis tanten onkel neffen und so weiter von diesem tollen cast von den zwei voll idioten die sich das hier drei stunden lang geben und dann nochmal drei stunden lang drüber quatschen extra nur für euch ihr könnt uns eine e-mail schreiben an info at nerdizismus punkt de wir das tun oder schreibt uns eine whatsapp oder sprach nachricht an die 015 25 9 64 7 7 0 9 und ganz 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 besonders helft ihr uns wenn ihr uns ein review da lasst bei itunes bei spotify oder bei podcast addict und wir viel viel wissen beigesteuert hast und ich weiß da kommt noch viel mehr denn im gegensatz zum hobbit stehen wir die nächsten zwei teile nicht durch sondern es wird sogar nur noch besser ich freue mich drauf ich glaube aber ganz bewusst dass die nächsten etwas kürzer werden weil du hast schon gesagt hier passiert einfach so viel world building auch jetzt beim zweiten buch merke ich da kommt man flott durch das hört man so weg aber es sind noch einige Sachen offen ich habe es vorhin gesagt wir haben noch nicht über Gollum gesprochen und so weiter aber das machen wir im nächsten Teil so er fängt ja auch lustigerweise mit ihm an oder ist das der dritte der mit dem Prologar weg egal bevor wir das jetzt auch noch durch diskutieren macht jod bis dann tschüss eine Produktion des Podcast Imperiums Dschüss Dschüss